Hallo, ich bin Michael Holmes, freier Journalist. Spezialisiert auf Kriege rund um die Welt und die moderne Geschichte und globale Armut. Ich spreche heute mit einem Journalistenkollegen, Ramon Schack. Spezialisiert auf ganz ähnliche Themen, kann man sagen, auch Krieg, Gewalt, Armut. Und du reist sehr viel rund um die Welt, Ramon. Du hast geschrieben für die Neue Zürcher Zeitung, die Süddeutsche, die Welt, die Berliner Zeitung. Du warst Redakteur beim Neuen Deutschland und du moderierst den Videopodcast Impulsiv TV, den ich auch sehr empfehlen möchte. Heute wollen wir über die Weltlage ein bisschen reden, aber ein bisschen auch andere Themen als nur die vorherrschend sind in den Medien. Nämlich wollen wir auch über ein neues Buch sprechen. Ich halte es mal in die Kamera. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Meinst du dieses? Ja, das Buch heißt Das Zeitalter der Idiotie. Und das ist vor dem Gaza-Krieg geschrieben, muss man dazu sagen. Weil ich finde, der Gaza-Krieg ist ein bisschen, die westliche Unterstützung ist meiner Ansicht nach die Kulmination dieses Zeitalters. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass es kein Kapitel dazu gibt. Das Zeitalter der Idiotie, wie Europa seine Zukunft verspielt. Ich muss ein bisschen anmerken, Europa kommt eigentlich nur am Rande vor als Hintergrundplayer, als wichtiger Hintergrundplayer. Denn es sind Reiseberichte aus der ganzen Welt, aus jeder Weltregion, auch aus Europa und auch aus Deutschland. Ich sage erst mal kurz, über welche Länderregionen wir heute sprechen möchten. Wir wollen kurz über Gaza sprechen. Und du warst für das Buch, warst du im Iran, im Irak, in Ägypten. Das heißt, wir wollen ein bisschen kurz darüber sprechen, wie sich möglicherweise der Gaza-Krieg mit Israel ausweiten könnte auf die gesamte Region. Gott bewahre. Du warst auch für das Buch in Russland und Kasachstan. Deswegen wollen wir auch über Russland sprechen und ein bisschen über die Ukraine. Die kommt im Buch nicht direkt vor, indirekt. Aber wir wollen gerne wissen, was du denkst über Russland. Dann wollen wir sprechen über Äthiopien. Ein total vergessener, vernachlässigter Krieg, vernachlässigtes Land, eines der größten Länder in Afrika. Und ein Krieg mit über 300.000 Toten, möglicherweise sogar 700.000 Tote. Und vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, weil dorthin bist du gereist. Dann wollen wir über Armenien und Aserbaidschan reden. Dort ist der Konflikt mal wieder eskaliert und du warst in beiden Ländern für das Buch. Dann wollen wir kurz sprechen über Lateinamerika. den Krieg gegen die Drogen, die Gewalt in Lateinamerika. Du warst in Ecuador und El Salvador. El Salvador war vor allem eine der gefährlichsten Städte der Welt. Und schließlich wollen wir zurückkehren in die Heimat und wollen über Rechtspopulismus reden. Du bist auch gereist in Ostdeutschland und in Cleveland, Ohio in den USA, wo viele Menschen Trump wählen. Und du hast mit vielen Menschen gesprochen. Warum wählen sie die AfD? Warum wählen sie Trump? Wie denken sie über die Politik? Und ich glaube, du kannst uns auch da ein bisschen aufklären. So, ich muss aber dazu sagen, wir können nicht über alle Länder reden, in denen du für das Buch warst. Du warst aber auch in Sri Lanka. Du warst in Ägypten. Du warst in Indonesien. Sehr interessantes Kapitel. Du warst auch in Neuseeland, Malaysia. Ja, die anderen Länder kommen wir dazu. Du warst auch in Peking. Vielleicht kommt China auch etwas vor hier in unserem Interview. Und ich muss zu dem Buch sagen, es hat mir Spaß gemacht zu lesen. Es sind alles Reiseberichte. Und ich schätze an dem Buch, was ich eben an deinem Journalismus schätze. Es ist mit Leichtigkeit geschrieben, mit Blick auf unscheinbare Details, die sehr wichtig sind. Du schreibst ja viel über den Alltag. Du bist sehr offen. Du sprichst mit Menschen, mit vielen Alltagsmenschen. Du sprichst mit Armen, Reichen, der Mittelklasse. Du sprichst mit Landbevölkerung und der städtischen Bevölkerung. Und du versuchst dir wirklich ein Bild zu verschaffen und versuchst ein bisschen die Kultur zu erfassen, die wirtschaftliche Lage der Menschen, die Gewalt im Land und das dann zu verbinden mit der Politik im Land und der größeren Geopolitik. Also ein sehr nuancenreiches Bild zu schaffen. Und du hast einen sehr ideologiefreien Blick. Du hast oft starke Meinungen. Mit denen hältst du dich aber dennoch eigentlich eher zurück, weil du willst die Menschen selbst sprechen lassen. Das geschieht viel zu wenig. Und wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt in diesen Reiseberichten, und der ist ein bisschen schwer zu finden, eben weil du versuchst, dich von Ideologie fernzuhalten, von den großen ideologischen Erzählungen. Es gibt da ein bisschen, der Hintergrund ist eben genau, wie Europa seine Zukunft verspielt. Weil im Hintergrund ist immer, dass überall, wo du hingereist bist, hat der Westen in jüngster Zeit und auch in der modernen Geschichte viel Unheil angerichtet. Nicht unbedingt nur Unheil, hat immer mitgemischt. Die USA und Europa und meistens nicht zum Besten der Menschen dort. Und du zeigst eine USA und ein Europa, deren Außenpolitik geprägt ist von Arroganz, Hybris, Heuchelei, Heuchelei ohne Grenzen, Unmoral. Und dann doch dennoch auch trotz dem ideologischen Eifer, den man auch oft sieht bei einigen Konflikten des Westens, dann doch einer gnadenlosen, brutalen, egoistischen Machtpolitik. So, deswegen sei das Buch empfohlen. Ramon, Gaza ist in Schutt und Asche. Wir haben auch fürchterliche Angriffe in Israel gesehen. Wir kommen nicht darum herum, dass du uns ein paar Worte auch zu Gaza sagst. Aber da du für dein Buch im Iran warst und im Irak und in Ägypten, würde ich von dir vor allem gerne wissen, ob du befürchtest, dass sich dieser Krieg ausbreitet auf die Region, auf den Libanon, auf Iran, möglicherweise Jordanien, Syrien. Was denkst du dazu? Ja, also Michael, zum Thema Iran und Israel. Also die Gefahr der Ausweitung dieses Krieges besteht auf jeden Fall. Er ist ja schon durchaus im Gange. Die Israelis bombardieren regelmäßig Syrien, Libanon natürlich seit Jahren. Und der Versuch, den iranischen Einfluss, wie es die Israelis erklären, dort in diesen Staaten zurückzudringen, durch Luftschläge, geht ja schon seit Jahren voran. Jetzt durch diesen schrecklichen Ausbruch des Krieges im Gaza, den wir seit dem 7. Oktober erleben, basierend auf dem Anschlag, auf dem schrecklichen Anschlag, scheint es so zu sein, dass die israelische Militärstrategie sich auf einen Mehrfrontenkrieg einzurichten scheint. Wenn man sich einmal kurz militärstrategisch die Geografieinnerung ruft, Israels Geografie ist natürlich die Schwäche, die Knappheit des Raumes, gerade im Zeitalter der Raketenangriffe, wir haben die sogenannte israelische Westenthalie bei Tel Aviv in der Sharon-Ebene, wo Israel bis, nagel mich nicht fest, 25 Kilometer breit ist bis zum Beginn, vom Mittelmeer bis zum Beginn der Westbank, des Westjordanlandes. Und wir haben natürlich auch die Bedrohung durch Raketen aus dem Norden, vor allem aus dem Libanon, durch die Hezbollah. Die Hezbollah, das hat sie schon 2006 gezeigt, bei dem Krieg, ist ein anderer Gegner als die Hamas. Das ist auch der israelischen Militärführung bekannt. Deshalb scheint man noch zurückzuzögern. Wir erinnern uns, dass Benjamin Netanyahu schon 1999 verkündete, in einer Rede vor der UNO, Iran steht ganz kurz davor, es ist 5 vor 12, sagte er 1999, es ist 5 vor 12 vor der atomaren Bewaffnung des Irans. Und seit diesen 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert ist vergangen, wird dieses Schreckgespenst der nuklearen Bewaffnung des Irans von Israel, nicht nur von Israel, auch von den USA und anderen, im Schlepptau der EU, instrumentalisiert. Nicht nur, dass der Iran sich nuklear bewaffnen könnte, sondern so die Theorie, dass er sofort einen nuklearen Angriff auf Israel starten würde. So wird es ja gedeutet und interpretiert. Und bis heute hat das nicht stattgefunden, wobei man es nicht ausschließen soll, dass der Iran sich irgendwann nuklear bewaffnet, allein schon aus Rückversicherungen in Nordkorea, um nicht angerufen zu werden. Aber da haben wir eine bemerkenswerte Entwicklung. Die Israelis haben ja bisher nicht zurückgeschauten, auch die Amerikaner nicht in den letzten 20 Jahren, politische Gegnerstaaten, die sie als feindlich interpretieren, anzugreifen in der Region. Und das ist beim Iran bisher nicht passiert. Dabei gibt es auch gute Gründe. Denn der Iran ist aufgrund seiner Geografie, seiner Sozialstrukturen, seiner Geschichte und seiner militärischen Kompetenz ein anderer Gegner als zum Beispiel der Irak oder auch Afghanistan. Und selbst da hat es ja nicht geklappt, langfristige militärische Erfolge aus dem Sinne der Angreifer zu erzielen. Wenn wir uns die Flucht der Amerikaner aus Afghanistan 2021 in Erinnerung rufen und auch die Tatsache, dass der Nation-Building-Prozess nicht so gelaufen ist. George W. Bush fantasierte damals von den Leuchttürmen der Demokratie, die angeblich im Irak entstehen sollten, auch in Afghanistan. Das hat natürlich nicht stattgefunden. Im Gegenteil, der iranische Einfluss konnte sich ausbreiten 2002, dadurch, dass die schlimmsten ideologischen Gegner des Irans, nämlich der Irak des Saddam Hussein, des nationalarabischen, überhaupt nicht religiös fundierten Baas-Regimes gestürzt wurde und damit die absolute Bevölkerungsmehrt der Schiiten im Irak, die sie im Iran politisch zum Durchbruch kam, eben durch das Prinzip One Man, One Vote als angebliche Lösung aller Probleme. Seitdem ist der Irak ein schiitischer Staat und ein enger Alliierter des Irans, eine Tatsache, die Saddam Hussein immer zu unterdrücken versuchte, denn die Sunnis sind nur eine kleine Minderheit, und östlich in Afghanistan durch den Sturz des damaligen Taliban-Regimes, die als Sunni-Fundamentalisten auch ideologische Gegner der schiitischen Theokratie von Teheran waren und sind. Und dadurch konnte der Iran seinen Einfluss erstmal richtig ausbreiten, bis hin zum Libanon, wo inzwischen die Schier, die Schiiten, auch eine Bevölkerungsmehrt stellen dürften. Die letzten Volkszählungen des Libanons sind nicht ganz akkurat. Noch in den 1990er Jahren waren die Schiiten, wurden sie auf 30 Prozent der Bevölkerung taxiert. Inzwischen dürften sie stark zugelegt haben, allein schon aufgrund der Auswanderung auch christlicher und sunnitischer Muslime aus dem Libanon und einer höheren Geburtenrate. Und wobei die Hezbollah, die einen militärischen Flügel hat, aber auch eine politische Partei ist, Hezbollah, inzwischen auch von Nicht-Schiiten gewählt wird, die der politischen Inkompetenz und der Korruption anderer Parteien müde waren und sind. Dadurch ist natürlich für Israel ein Albtraum-Szenario entstanden, ein schiitischer Gürtel vom Mittelmeer, Libanon, bis hin nach Afghanistan, über den Irak. Und wenn man sich natürlich jetzt in Syrien anschaut, der Versuch, das Regime von Assad zu beseitigen, 2011 ist ja kläglich gescheitert, endete ein Blutbad, dem Aufstieg des IS in Syrien und Irak und führte jetzt immer noch dazu, dass Assad immer noch an der Macht ist und Russland dort eine gewisse Macht darstellt, das heißt eine gewisse, eine große Macht darstellt, auch durch die Häfen im Mittelmeer, wo die Russen halt auch ihre Latakia und Taurus ihre Flotte haben. Und dass der schiitische Gürtel dadurch intakt ist. Er ist also, also Assad ist kein Schiit, er ist Alawid, nicht zu wechseln mit Aleviten, eine religiöse Minderheit in Syrien, die aber auch aufs Engste auch mit der Schia kooperiert. Der gemeinsame Gegner ist der sunnitische Fundamentalismus, wie er beim IS zum Ausdruck kam. Und das eint die Hisbollah, das eint Assad, der offiziell auch der Baas-Partei, also der arabischen Partei der Wiedergeburt und Sozialismus, eine säkularnationalistische Invasion vorsteht. Und bis hin zum Iran halt, wo diese schiitische Theokratie, die durchaus auch parlamentarische Elemente beinhaltet, aber natürlich eine Theokratie ist, als Epizentrum der politischen Schia existiert. Und das ist natürlich ein Problem, der Iran, der inzwischen an die 90 Millionen Einwohner hat, eine Fläche von roundabout 1,6 Millionen Quadratkilometern, also der größte Staat der Region ist, der auch in historischen Grenzen größtenteils lebt, der auch nie kolonisiert war, wie die Nachbarstaaten. Der Irak ist die Erfindung einer reisenden britischen Jungfer, die auch britische Spionin war, Gertrude Bell, wie man sie im Deutschen ausspricht. Und die natürlich auch dann damals so ein bisschen auf dem Papier die Grenzen zog. Die merkt man heute noch zwischen Syrien und Irak und dann Kuwait abtrennte und so eine Geschichte. Das ist dann auch eine Erfindung von spinnigen Briten, der Oberschicht gewesen, diese Staaten zu fabrizieren. Das ist im Iran nicht so. Der Iran ist ja ein altes Reich. Und die Möglichkeit, in Iran zu erobern, wie man es mit Irak tun konnte, ist schon aus geografischen Gründen nicht so leicht möglich, von demografischen und militärischen mal ganz abgesehen. So weit ist es... Wobei man vielleicht anmerken sollte, dass der Iran auch halb kolonialisiert wurde durch Russland im Norden und Großbritannien im Süden. Aber nur zeitweise und auch nicht von Bestand. Und wie du schon sagtest, nicht das ganze Land. Das darf man nicht vergessen. Aber es gab natürlich immer die Einflussnahme, auch des Deutschen Reiches 1941. Wir wissen auch bei der Terran-Konferenz, dass Nazi-Agenten in den Bazaren von Terran lauerten, in der Hoffnung, die großen drei ihrer politischen Gegner zu beseitigen. Es gab da Attentatspläne, die natürlich nicht stattgefunden haben. Aber umkämpft als Einflusszone natürlich aufgrund der Geografie zwischen Kaspischen Meer, wo das Great Game wieder beginnt, und dem Persischen Golf. Das ist natürlich der Shuttle Arab und so, die Straße von Hormus. Das ist natürlich einer der wichtigsten Energieversorgungsstraßen der Welt. Und das ist natürlich ein gewaltiger Koloss. Und die Versuche des Schahs in den späten 70ern, der auch versuchte, Terran zu einem Drehkreuz des internationalen Fluges zu machen, des Flugverkehrs zu machen, wie heute Abu Dhabi und Katar, zeigte auch, dass sich Schahri Sa'at Pahl, ich sprach immer davon, zwischen Tokio und Europa, so ein gigantisches Imperium, ein Schwerpunkt, damals noch aus der Zeit des Kalten Krieges, der westlichen Dominanz zu installieren, auch als Gegengewicht zur weiter nördlich gelegenen Sowjetunion. Das hat sich ja gründlich geändert durch den Zerfall der Sowjetunion. Aber, ich betone noch mal, das Kaspische Meer, als auch der Persische Golf weiter unten, sind beides inzwischen die Epizentrum einer neuen geostrategischen Orientierung der Welt. Bleiben wir doch bei Russland. Und wir können nicht jetzt den ganzen Ukraine-Konflikt durchspielen. Du hättest viel dazu zu sagen. Aber eine Frage wäre wichtig, weil du hast Russland bereist, du hast auch Kasachstan bereist. Was müssen die Menschen im Westen verstehen? Sollten sie verstehen, wie Russland die Weltlage sieht, wie sie Ukraine sieht, Georgien, Syrien? Was verstehen wir nicht an Russland? In deinen Augen. Michael, wir müssen vielleicht noch darauf hinweisen, den geneigten Leserinnen und Lesern, dass natürlich die Reisen nicht alle zur gleichen Zeit stattfanden. Also ich war nicht immer, letztes Jahr, die Iran-Reise liegt schon ein paar Jahre zurück, zwar 2016, Kasachstan war letzten Sommer, sodass die aktuelle geopolitische Reflexion in dem Buch so nicht stattfindet, aber natürlich die darüber hinausgehende, über den Alltag, die historische. Und zu Russland, also was anscheinend nicht verstanden wird, anscheinend auch nicht im Außenministerium, wenn man die Phaseleien von Annelia Baerbock hört, das wird Russland ruinieren, wie sie letztes Jahr noch verkündete, in einer völligen, nicht nur Dummheit, auch Verzehrung der geostrategischen Ausgangslage, da hätte man sich schon fragen können, Annalena, schau bitte mal auf eine Weltkarte. Denn wie man jetzt Russland ruinieren will, den größten Flächenstaat der Welt, der eine tausende von Kilometern lange Grenze mit der Volkswirtschaft wie China hat, um nur das eine Beispiel zu nennen, oder zu Kasachstan, zu Teilen Asien, wo EU und NATO gar keinen Einfluss haben, wer damit wem Handel treibt, war ja schon ziemlich gewagt. Aber anscheinend hat Frau Baerbock nur bis zum Ural geguckt, ohne den europäischen Teil Russlands gesehen, ein Fehler, der schon manchen der Oberern aus dem Westen von Napurio bis in Kreuzester unterlaufen ist, mit schlimmen Folgen für diese westlichen Angreifer. Nein, zu Russland. Also das ideologische Fundament des heutigen Russlands zu verstehen, ist nicht ganz einfach. Ich maße mich an, ein ausgesprochener Slawisten werden vielleicht sagen, was erzählt der da? Aber eine Sache im Westen hat man nicht verstanden. Man versteht so einiges nicht, weil Verstehen ist ja auch böse. Russland Verstehen, man ist ja ein Russland-Versteher. Also von irgendwas Verstehen, auch eine Teil Idiotie des Westens, zum Titel des Buches. Nein, was wir nicht verstehen, dass Russland seit eigentlich Anbeginn seiner Existenz, seit der Kiewer Rus, denn Kiew, die heutige Hauptstadt der Ukraine, ist ja sozusagen so eines der Gründungszentren des modernen Russlands, die Mutter aller russischen Städte. Das soll aber jetzt keine Anspruch deklarieren meinerseits. Was wir nicht verstehen, ist, dass es in Russland drei große ideengeschichtliche Theorien gab, das eigene Selbstbildnis. Und zwar die Denkschulen der Eurasier, der Slavophilen und der Westler. Jetzt muss man wissen, dass diese sich nicht eins zu eins voneinander trennen lassen, fein säuberlich, sondern dass die auch gewisse Interdependenzen haben, ineinander überlappen, im Laufe der Jahrtausenden, die Jahrhunderte auch sich färbten und überlagerten. Zum Beispiel möchte ich dazu sagen, dass die die bolschewistische Sowjetunion oder die Bolschewiki sich durchaus als Westler interpretierten, einfach deshalb war die Idee des Kommunismus aus dem Westen, Marx etc. Und das klingt heute seltsam, weil Ostblock und so, aber das darf man nicht vergessen, dass aus der westlichen Philosophie und Ideengeschichte, gerade aus der deutschen, sehr viele Impulse an Russland kamen, die aber als westlich dargestellt wurden, also Westler waren. Während die Slavophilen immer betonten, dass doch Russland was ganz Eigenes sei, ein eigener, dem Westen gegenüberstehen, mit eigenen Werten und ich kann das nur kurz anreißen, ich bin auch wirklich kein Experte auf dem Gebiet und da gibt es anderen. Und die Eurasier immer auch betonten, die Geografie Russlands endet nicht im Ural, sondern als ein Zwischenreich, das auch eher asiatisch als europäisch ist und eine Art Scharnier bildet und bilden muss als Weltmacht. Der Mythos vom dritten Rom, den sollten wir uns nochmal zugrunde legen, Moskau als drittes Rom. Das erste Rom, das weströmische Reich, dann kam Bizanz, Konstantinopel und das ist heute ja auch vielen Leuten gar nicht bewusst, das liegt daran, dass wir auch geistig verflachen und historische Denkstrukturen mit uns abtrainiert worden durch wichtige Fake News und Junk News, wie ich es nenne, über die Größe der Kronkhien-Kardeschiens-Hinterteil, angefangen bis sonst wohin, die uns von langfristig historischem, strategischem Denken ablenken sollen. Und zwar die Tatsache, dass das dritte Rom ja Moskau ist, nach dieser Auffassung. Das oströmische Reich Bizanz, also das heutige Istanbul, als es von den Osmanen erobert wurde, war das zu dieser Zeit ein Schock, als wäre New York City von dem IS erobert wird, muss man sich vorstellen. Eine der größten Städte der Christenheit, Bizanz, ist gefallen und die Heilige Sophia war lange Zeit noch ein Museum, heute eine Moschee. Und dadurch ist der orthodoxen Welt das Herz herausgerissen worden. Auch hier ist die Grunde viel wichtig zu erkennen, wo liegt Istanbul genau am Scharnier zwischen Europa und Asien, am Bosporus. Und drumherum, im Westen, wie im Süden, wie im Norden, liegen ja orthodoxe Länder, Bulgarien, Rumänien, Serbien, der Balkan. Wir haben weiter oben Ukraine, Russland, wir haben da weiter östlich Georgien, Armenien und wir gehen südlich die ganzen orthodoxen Gemeinschaften in Syrien, Irak, die Chaldea etc., Griechisch, Kopten, Ägypten und bis nach Äthiopien, nicht wahr? Und wenn man das zugrunde legt, dass in der westlichen Denkstruktur, besonders in der transatlantischen Denkstruktur, nicht vorkommt oder nicht erfasst wird, dass das eine große Rolle spielt. Gerade jetzt auch im Krieg Russland-Ukraine, man merkt ja auch Selinskys Vorgehensweise gegen die Orthodoxie, die Höhlenkloster etc. Die Tatsache, dass man versucht, Weihnachten jetzt nach Westklinika-Länder zu feiern, also sich davon zu lösen, zeigt ja auch, dass das noch eine Rolle spielt. Wie im säkular aufgeklärten Westen glauben wir immer, das ist ja nur noch, ja, es geht um was weiß ich, aber dass das natürlich in der Welt noch eine Rolle spielt. Und Putin ist im Laufe der letzten 25 Jahre seiner Amtszeit, die für ihn selbst wahrscheinlich eine Art ideologischer Transformationsprozess waren. Er war ein Mann des KGBs, des Geheimdienstes ist er auch heute noch. Und das hat ihn natürlich geprägt, ein Kind der Sowjetunion, der aber, wenn man vor allem seine Rede zugrunde legt, die er am Vorabend des Einmarsches in der Ukraine äußerte, da hat er ja plötzlich auch mit den Ikonen der Sowjetunion abgerechnet, Lenin, Stalin etc., die er lange Zeit immer noch hochgehalten hat. Und als ich 2014 die Chance hatte, Russland zu bereisen, und zwar auf meiner Reise von Peking nach Moskau, vom Fernosten Russlands, Ulan Ude, Irkutsch am Balkasee bis hin nach Kazan, Svetlowski über den Uralen nach Moskau, war mir aufgefallen, vor allem in Yekaterinburg, die Stadt hieß zu sowjetischen Zeiten Svetlowsk im Ural, eine Millionenstadt, wo die Zarenfamilie auch ermordet worden ist. Und da sieht man den Wiederaufbau der orthodoxen Kirche und ich weihe davon ein neues Lenindenkmal. Also das putinsche System war ein mit einem Fuß immer auf der Nostalgiewelle und mit dem anderen immer so, versuchte es sich neu soziokulturell zu, darf ich mich ausdrücken, zu begründen. Und das war ganz interessant, das zu beobachten. Inzwischen scheint das in die eine Richtung zu gehen, also was Neues entstehen zu lassen, was basiert auf den alten slawischen Wurzeln. Und das dritte Rom, dieser Mythos des dritten Roms, wird durchaus, das ist mir aufgefallen, in Armenien, in Georgien, in Äthiopien, bei den orthodoxen Menschen, auch im Irak, als eine Art Hoffnungsschimmer gesehen. Und Putin als, ich will es nicht übertreiben, und das ist auch natürlich differenziert zu betrachten, aber vielen Menschen als eine Art Schutzherr der orthodoxen Welt betrachtet wird. Und das ist ja, Michael, was wir am besten überhaupt nicht begreifen, nicht wahr? Also wo schwadroniert wird von feministischen Außenpolitik, von Gedankenspielen, einer werteorientierten oder Außenpolitik oder regelbasierten Ordnung. Und das sind ja Worthülsen, die nicht weiter definiert werden. Denn man könnte aber die Frage stellen, welche Regeln und welche Werte soll das sein, nicht wahr? Auf denen die Welt angeblich basiert. Und das ist ja auch der Grundfehler der Außenpolitik, der Amt-Regierung und des Westens, vor allem der Amt-Regierung, da sie keine eigene geopolitische Konzeption hat, sondern willfährig den Vorgaben Washingtons folgte, den temporären Vorgaben, denn die ändern sich ja gerade auch. Und das ist ja auch die Gefährdung Europas, die ich in dem Buch versuchte als roter Faden darzustellen. Du hast recht, es geht in dem Buch, bin ich oftmals außerhalb Europas unterwegs, aber ich versuchte von Asien, von Afrika, von Lateinamerika und Ozeanien aus, meinen Blick auf Europa zu werfen und den Niedergang Europas in der weltweiten politischen Bedeutung zu reflektieren. Wenn ich vielleicht versuchen darf, deine Grundthese ein bisschen, die sich durch das ganze Buch zieht, zusammenzufassen, weil es, was du jetzt gerade gesagt hast und auch zum Mittleren Osten, zum Iran, es klingt fast ein bisschen so, als ob du sagst, diese Länder lassen sich nicht verändern, sie waren seit Jahrhunderten, Jahrtausenden und so. Das ist nicht wirklich deine These. Ich verstehe es so, dass viele Länder und viele große, alte Zivilisationen, auch das Gleiche gilt auch für China, fühlen sich vom Westen respektlos behandelt, gedemütigt, also nicht, dass sie sich demütigen lassen würden, aber beleidigt und auch aggressiv behandelt. Und wir sind immer mehr in einer Weltlage, in der sie sich das nicht mehr gefallen lassen müssen und auch nicht mehr gefallen lassen werden. Und jetzt stehen wir vor der Entscheidungsfrage, können wir uns arrangieren, können wir Kompromisse machen, können wir zuhören auch oder werden wir immer nur Lektionen erteilen, weil die Alternative ist Krieg, Wirtschaftssanktionen, mehr Krieg, mehr Wirtschaftssanktionen und das im Nahen Osten und das mit Russland und das mit China und am Ende könnten wir in verschiedenen Weltregionen Konflikte zu einem Weltkrieg eskalieren. Im Grunde genommen lese ich dein Buch ein bisschen so oder deine Grund Inhaltung. Ja, also ich versuche darauf hinzuweisen, dass die, das Narrativ, das 1990 oder in den frühen 1990er Jahren gesponnen wurde, Fukuyamas Buch End of History vom Ende der Geschichte, wo, was ja auch fruchtbaren Boden gefallen war, also der Glaube, dass der Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten, vor allem der Sowjetunion, nun der Weg frei ist für eine Welt, die nur noch aus westlicher, meistens amerikanischer Demokratievorstellung und vor allem wirtschaftlicher Vorstellung entspricht, die früher oder später wie Dominosteine kippen wird, die autokratische Regime hinwegfegen wird, das war ja ein bisschen der Glaube und interessanterweise haben mir diese Theoretiker auch die Vision des Marxismus übernommen, der gerade gescheitert war, wonach auch die marxistische Geschichte aber davon ausgeht, dass sie ja das Ende der Geschichte in irgendeiner Art und Weise darstellt, das war ja gerade gescheitert eigentlich von der anderen Seite und jetzt glaubt man im Westen, dass man so End of History, das ist nur noch und diese Erwartung des Westens wurde bitter enttäuscht, dass das Drehbuch nicht funktionierte und nicht nur, dass die enttäuscht wurde, dass diese Bewegung zum Stillstand kam, sie entwickelte sich ja sogar zurück und der Aufstieg, der phänomenale Aufstieg der Volkspolitik China von einem doch Land der dritten Welt, das es noch in den ersten Jahren nach dem Tod von Azitung war, wenn wir die sozialökonomischen Faktoren berücksichtigen und unter Denk Xiaoping anfingen sich dann halt den Theorien nicht unbedingt des Kapitalismus aber von Friedrich Engels, der auch immer von einer hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaft sprach, auf der der Sozialismus wurde ja im Ostblock nicht so reflektiert oder konnte nicht durch den sowjetischen Einfluss und das wieder ein anderes Thema aber dieses mir ist egal ob die Katze gelb oder schwarz ist Hauptsatz den Effekt Mäuse hat der Xiaoping gesagt und damit auch die schöpferische und auch geschäftstüchtige Ader der Chinesen explosionsartig freilegte erst in den Sonderwirtschaftszonen am Rande im Süden und dann sukzessive eigentlich sehr geschickt und nicht in einer Art Schocktherapie auf andere Landesteile übertrug und dieses Phänomen wurde ja lange im Westen naja die öffnen natürlich ein bisschen und mal gucken und überhaupt und bis man dann begriff dass die Amerikanisierung der Welt die fälschlicherweise Globalisierung genannt wurde aber letztendlich war es eine Methode die Welt für Amerikaner identifizierbar zu machen da merkt es ja auch heute welche Begriffe wir benutzen welche im sogenannten Bologna Prozess in der Uni welche Abschlüsse man macht und so weiter und so fort Amerikanisierung der Welt man braucht nur Stellenanzeigen in deutschen Angeboten zu gucken von Account Manager was da alles gemacht wird und das ist ja auch jetzt erleben wir eine Sinisierung denn der Aufstieg der Volkskommission hat natürlich auch eine gewisse Sinisierung hervorgerufen also Sinisierung heißt ja Übernahme von chinesischen Sitten und Begrifflichkeiten nicht unbedingt im Westen aber natürlich in vielen Teilen der Welt und das dieser Entwicklung von dieser Entwicklung wurde ich Zeuge auf meinen Reisen den Einfluss der Volkskommission in China habe ich überall vernommen ob in Mittelamerika in Neuseeland in Ostafrika oder auch Westafrika das kommt dem Buch nicht vor weil ich nicht alle aufgezählt habe die ich bereist habe auf dem Balkan zum Beispiel auch oder in Europa seltsamerweise in Deutschland noch relativ wenig was unbedingt nicht ein Kompliment für Deutschland sein muss aber in vielen anderen Ländern auch Großbritannien und Niederlande etc und das ist ein erstaunliches Phänomen dicht gefolgt von dem Prozess dessen Zeuge ich noch nicht so richtig wurde aber der jetzt im Gang ist der indische Aufstieg natürlich der noch ein bisschen meiner Meinung nach nur einen stotternden Motor darstellt aber auch langsam auf die Fahrbahn kommt weil Indien hat noch ein paar strukturelle Probleme zu lösen von der Infrastruktur angefangen etc aber ich glaube Indien ist dann auch ziemlich auf der Überholspur ich wurde ja auch Zeuge in Sri Lanka als ich in diesem Hotel war in Colombo das beschreibe ich in dem Buch ja auch von das von vielen neureichen Indern frequentiert wurde und ich war bass erstaunt wie viele junge Inder in den 20ern das waren nur Leute aus dem Showbiz aus Mumbai Bollywood etc die mit Mitte 20 doch die Hotelpreise waren recht saftig auch für einen Europäer sage ich mal sich da locker aufhielten und auch naja die Leute ich da beobachtet habe auch wie überall auf der Welt die Attitüde der neureichen Annahmen und mit Whiskyglas im Pool und T-Shirt und so weiter und sich filmten ständig das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes eine Globalisierung das Verhalten der neureichen aber ansonsten war ich doch sehr erstaunt dass Indien was ich aus den 90er Jahren noch kannte hatte höchstens eine sehr schmalen Schicht von privilegierten Eliten solche Möglichkeiten geboten und jetzt merktest du schon dass da doch dieser Aufstieg von einigen hundert Millionen Menschen aus der Armut in den Mittelstand und davon einigen Millionen in die Oberschicht doch bei der demografischen Potenz wir haben das größte Land der Welt von der Bevölkerung in ihren eineinhalb Milliarden Menschen doch gewaltige Auswirkungen hat nicht nur auf Sri Lanka auf den Hotelpool sondern auch das wird noch kommen weltweit hier in Deutschland erleben wir auch eine massive Zunahme von indischen Studenten auch und die oftmals jobbend uns das Essen bringen mit Food Delivery und so weiter oder in gewissen Backstuben aber das ist noch eine Dimension die auch erst begriffen wird und nicht voll begriffen wurde Ja jetzt ist die Frage was was schaffen wir noch vielleicht kommen wir erst vielleicht kommen wir erst zum Rechtspopulismus weil das vielleicht doch die Menschen auch nochmal sehr interessiert was du dazu sagst und zwar du hast du hast Deutschland bereist Ostdeutschland du bist auch aufs Land gereist in kleine kleine Dörfer du hast Menschen zugehört das wird oft von unseren Eliten gesagt dass sie das mehr tun müssen sie tun es habe ich den Eindruck viel zu selten und du warst auch in Trump Land ein bisschen in den USA und hast mit Trump hast Trump Supportern mal zugehört was sind deine was ist deine Einschätzung nach was sind die wichtigsten Gründe für die Erfolge der AfD in Deutschland und von Trump in den USA was passiert hier also ich glaube man muss aufpassen dass man nicht alles in einen Topf schmeißt aber ich habe eben angedeutet dass die Entwicklung der Welt dass der Westen jetzt den Takt der Welt vorgibt in den 1990er Jahren zum Stillstand kam und auch sich rückentwickelte und sie entwickelte sich auch zurück aufgrund des Wahlverhaltens der Revolte an den Wahlurnen in den westlichen Ländern selbst das beste Beispiel sind 2016 der Brexit und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten die ja noch ich kann mich noch erinnern in Diskussionen und öffentlichen Foren einige Monate zuvor für völlig undenkbar gehalten wurden das zeigt natürlich dass wie darf ich mich ausdrücken es in den westlichen Gesellschaften auch zu dem das Bewusstsein geweckt wurde dass es in den eigenen Ländern Gesellschaften gibt die man gar nicht kennt also gerade der politischen Eliten medialen Eliten oder die Menschen die gerne Meinung vertreten und verbreiten die in urbanen Zentren in akademischen Zirkeln in Lebensstilen der Enklaven leben und die lange den Takt vorgeben und vorgegeben haben ob in TV-Shows oder wir wissen schon von ich rede und jetzt plötzlich flankiert auch von der modernen technologischen Entwicklung die darf man nicht unterschätzen des Smartphones der Entwicklung der Informationen die sich blitzschnell verbreiten die auch die kulturelle Hegemonie der Eliten nicht nur hinterfragt sondern ausfüllt zunehmend ich meine wer konnte schon vor 15, 20 Jahren einen eigenen Podcast machen oder mit günstigen Mitteln eine eigene Show konzipieren oder einfach mit einem Mikro zu die Gegend laufen das entwickelt sich ja alles sodass die Leitmedien die sogenannten die leider auch erstmal Einfluss verlieren und sie reagieren so dass sie immer näher sich der politischen Klasse nähern was ja nicht ursprünglich ihre Aufgabe war sondern diese kritisch zu hinterfragen und man merkt ja immer wieder ich fand das interessant wie jetzt auch bei der Pressekonferenz zu der neuen Partei von Sarah Wagenknecht wie dann die öffentlich-rechtlichen Sender die Journalisten mit geschwollnem Mund da standen und versuchten das irgendwie einzuordnen aber man merkte schon dass sie eigentlich kritisch fanden dass da jemand kommt und das alte Parteienkartell das ist ja nun auch schon nicht ganz so neue Entwicklung wieder mal neu herausfordert und da merkst du auch das Missverständnis dass immer noch geglaubt wird Demokratie ist die Parteien die es schon gibt plus deren Medien und das ist jetzt die Demokratie und in diesem Raum darf man sich bewegen aber alles was darüber hinausgeht das ist dann schon ja umstritten oder rechts und das schlimm dabei ist und jetzt schlage ich den Bogen zum Rechtspopulismus dass die Begriffe sich ja entwerten dadurch also wenn alles rechts ist vom Bauernprotest bis Israelkritik bis Kritik an Scholz bis Kritik an Baerbock Kritik an den Covid-Maßnahmen wir wissen alles so also im Endeffekt alles was mir das Narrativ der Gesellschaft der fragt rechts ist da haben die Leute irgendwann auch das ist halt so und da bin ich halt rechts ich glaube da stehen wir in den westlichen Gesellschaften da steht Deutschland nicht allein Deutschland ist sogar eine Spätentwicklung denn ich wundere mich immer noch vor einigen Jahren unter der Dauerherrschaft von Merkel hieß ja immer noch so wir haben sowas ja nicht wie in anderen europäischen Ländern so eine rechtspopulistische Partei wie Österreich da wurde ja ein bisschen wie in Frankreich wie in Italien da hat man ein bisschen ja so moralisch besserwisserisch wir haben ja eine stabile Demokratie meiner Meinung nach begann diese Aushöhlung dieses Prozesses schon unter Merkel gerade durch ihren Politikstil den ja viele so in Deutschland so bewundernd ich hatte aber ich eine große Lehre empfunden aber es ist eine andere Geschichte denn sie hatte ja einen Grundsatz gebrochen nämlich den Franz Josef Strauß in den 80ern wie folgt erklärte rechts von mir ist nur die Wand dass von den Unionsparteien dass die eigentlich die Milieus aus dem sich ja gerade im Westen Deutschlands das AfD-Milieu häufig speist aus diesen rechtskonservativen nationalkonservativen Kreisen die es früher auch in der CDU gab denken wir an einen Dregger an Kanter diese Leute der sogenannte Stahlhelmflügel in der Union die aber integriert waren und die transatlantische Westbindung nicht hinterfragten aber dann auch gerne mal kernige Sprüche ich zitiere nochmal Herrn Strauß ein kalter Krieg ist mal lieber als ein warmer Bruder wäre heute ja auch so die Geschichten und oder auch zu Ausländerfragen Einwanderung deutsche Werte die gab es ja diese Debatten die Gauland heute die gab es ja in der Union und der Kohl auch Kohl selbst war kein Vertreter dieser Linie er war eher der sozialkatholischen und proeuropäischen Richtung zu verordnen aber dieses dieser Grundsatz ist gebrochen und so ging das ganze Konzept der Volksparteien in der Bolshevik zu Bruch die Sozialdemokraten leiden schon seit Jahren aus einer an einer personellen Auszehrung also von der Partei Brands, Schmitz, Egon Baas ein großer geopolitischer Denker auch Richtung Osten ist ja doch eigentlich tragisch wie das heruntergekommen ist auf naja die aktuelle Entwicklung und das zeigt sich natürlich auch in dem Wahlergebnis ich meine wenn es die aktuellen Umfragen für die SPD in Sachsen ein Ergebnis von drei Prozent ob das so kommt vielleicht wäre es noch fünf oder sechs aber oder vielleicht sogar zwei was weiß ich in einem historischen Kernland der Sozialdemokratie denn in Kaiserreich und da war Sachsen ja auch genau wie Thüringen und das südliche Sachsen-Anhalt Hochburgen der Sozialdemokraten auch dann ist das ja schon sollte man vielleicht irgendwie Brandhaus die Alarmglocken mal läuten aber das findet nicht statt stattdessen überlegt man sich Strategien wie man trotzdem an der Nacht wacht bleiben kann und den Aufstieg von anderen Parteien wie der AfD etc. in Ostdeutschland entgegen oder wie man der große Koalition von Links CDU, Grün also alles was da sich anbietet sozusagen versucht man da so eine Brandmauer aber das wird nicht funktionieren das wird so nicht funktionieren und insofern ist natürlich das was man heute den Begriff Rechtspopulismus beschreibt in der westlichen Welt so der Übergang zu USA setzt sich aus vielen Faktoren zusammen zum einen aus der großen Wut die große Wut ist die die zum Beispiel in den USA viele Menschen erfasst hat auch da außerhalb der Regionen die auch viele Amerikaner noch kennen nämlich die Ost- und Westküste oder vielleicht nochmal nach Santa Fe nach New Mexico zum Festival aber letztendlich diese großen Massen diese Tausende von Kilometern des sogenannten Rust-Belt und später in die Bible-Belt übergehend sind ja auch vielen Amerikanern nicht bekannt und man merkt ja auch das Unverständnis heraus aber auch die wie ich finde teilweise soziale Diskriminierung teilweise rassistische wenn man von White Trash spricht zum Beispiel zeigt ja auch die Arroganz als Clinton von Flyover State sprach also wobei sie selbst aus Arkansas stammt also selbst aus diesem Milieu und diesen Staaten aber ich habe deshalb bewusst damals die Staaten Ohio und Michigan besucht also den Rust Belt den Rostgürtel der USA wo noch in den 50ern eines der industriellen Herzen der Welt Wirtschaft schlug in der Autoindustrie Fortismus aber auch Stahlindustrie etc. und wo heute weder von der Autoindustrie bis auf kleine Kerne noch von der Stahlindustrie noch von den ganzen Industrie- und Kirnen übrig geblieben ist sondern wirklich der Name Rust Belt Rostgürtel passt schon weil eine Patina des Verfalls sich über diese großen Industrieanlagen als auch Städte die einfach aufgegeben werden die demografisch geschrumpft sind aber auch eine große Trauer und einen Niedergang in den Menschen denn diese ökonomistische Vorstellung des Menschenwesen sind die jederzeit ihren Koffer packen und dem Arbeit hinterher düsen was in der amerikanischen Geschichte noch anders eingelegt ist als in der europäischen und auch seine historischen Wurzeln hat funktioniert aber nur bedingt weil Menschen die über Jahrzehnte ihre kleinen Häuschen gebaut haben um den Arbeitsplatz herum abbezahlt haben es war der American Dream dieses du kannst es weiterbringen das Kind geht aufs College und so weiter ich muss es dir nicht erzählen aber ich hatte dort bei den Begegnungen mit den Menschen vor Ort aus allen sozialen Schichten doch den Eindruck dass die Gefühlslage zwischen Nostalgie und Wut schwankte im Nostalgie bei Älteren ich hatte einen in Ohio in Cleveland war es in einem Restaurant am Hafen und da sagte mir ein junger Kellner der war vielleicht so Ende 20 ja also das sagte er laut American Dream also der amerikanische Traum ist vorbei sein Vater hat noch zwei Autos gefahren er kann sich nur eins leisten mit seinem Gehalt als Kellner und dann betonte er noch laut obwohl die Hälfte seiner Kollegen nicht weiß war dass er in eine good white neighborhood aufgewachsen ist in einer guten weißen Nachbarschaft in einem guten weißen Viertel also gut und weiß in einer Kombination und in diesen paar Sätzen die er äußerte fand ich das schon interessant weil A was versteht er unter American Dream oder was ist vielen Leuten suggeriert worden ein rein ökonomisches Aufstiegsmodell zwei Autos noch einen größeren Kühlschrank noch einen Fernseher was ja nicht auf die USA beschränkt ist aber diese Konsumwelt von der Pasolini einst sagte es sei die schlimmste und kälteste Welt die man sich vorstellen kann und das Ziel sei es uns allen zu blöden konsumorientierten Menschen die nicht mehr kritisch sind zu schaffen und auch der rassistische Impulse da durchkam mit seiner Good White Neighborhood und ich habe dort viele Menschen getroffen die mir sagten ein junger Mann der arbeitete auch als Kellner das war in Michigan der meinte seine einzige internationale Erfahrung war als er in Disneyland in Florida gearbeitet hat wo er bisher was von der Welt Europäern oder Lateinamerikaner mitbekommen und der war geboren auf einer auf einem Air Force wie nennt man das Air Force Stützpunkt irgendwo in Montana und ist dann mit der Eltern die Army angehört und hat immer durch die USA gezogen und der besuchte neben seinem Kellnerjob halt auch Fotografiekursen war aber auch kaum krankenversichert und irgendwie bei ihm ging dieses Modell schon scheiterte allein schon an den horrenden Kosten für Krankenversicherungen und du hast da den Eindruck bekommen dass die USA auch ein Land sind das auch von der Substanz lebt ja das habe ich übrigens auch in der Bundesrepublik wenn ich umherfahre anders gewichtet und das war erstaunlich weil die Menschen dort eigentlich gegen ihr vergessen rebellierten und ich glaube auch die Wahl von Trump der gar nicht aus diesem Milieu stand und gar nicht weder sozial noch geografisch aber der hat natürlich verstanden wie das funktioniert und die Wut dieser Leute eine Stimme gegeben und das ist ja was wir im Brexit hast du es ja auch die wenn du dir Orte anguckst in Newcastle wo ich Freunde habe in Nord-Westengler wo kaum jemand hinfährt diese Gebiete aber die Brexit hochborgen waren das war eigentlich ein Protest gegen London gegen den Süden gegen die Börse gegen das Finanzsystem gegen die Abkommen und man glaubte weil der Süden also London die Metropole pro EU ist muss man jetzt was dagegen hauen also so zifferenzieren die haben gar nicht gedacht dass sie jetzt ja genau sich jede Auswirkung überlegt haben und ich merke durch meine Lesetour die mich durch ganz verschiedene Regionen Deutschlands geführt hat bisher und auch führen wird demnächst bin ich im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen ich war jetzt schon in Ostsachsen in Görlitz ich war in Wismar ich war natürlich auch in Bremen und das ist hochinteressant ich stelle dabei fest ich schreibe jetzt einen Artikel der demnächst erscheinen wird Reise durch eine zerrissene Republik und die Menschen in Ostsachsen in Görlitz zum Beispiel was ja eigentlich Schlesien ist der restliche übergediebene Teil von Schlesien aber natürlich zum Bundesland Sachsen gehört Görlitz ist die einzige schlesische deutschlandische Boden wo auch stark die schlesische Fahne gehisst wird das hat mich sehr ich will nicht sagen frappiert aber das hätte ich so nicht gedacht und wo auch in Sachsen eine ganz andere politische Grundstimmung herrscht das merken wir auch in den Wahlergebnissen die auch viel älter zurückgeht als Sachsen Menschen in Sachsen die mal einst eine der hochentwickelten Regionen Deutschlands waren schon in der Frühzeit mit Böhmen und Schlesien ein kulturelles, ökonomisches wenn sich Görlitz anguckt die Stadt heute in den Jugendstilbauten und welcher Reichtum da geherrscht hat und die dann in den Folgejahrzehnten das müsste man untersuchen das finde ich ganz interessant in Kaiserzeit bei der Republik vor allem aber auch in der DDR schon auch man darf nicht vergessen dass der Protest gegen die DDR gegen das SED-Regime ja meistens in Leipzig in solchen Städten begann und weil man sich auch deklassiert fühlte aber die Sachsen bis heute sich fremd fühlen auch natürlich nicht alle ich verallgemeine jetzt aber diese Grundstimmung ist da vom Dialekt angefangen bis hin zu einer gewissen gefühlten Abwertung die über Ost-West hinausgeht Oschmann hat das in seinem Buch ja ganz gut die Erfindung des Ostens der Osten ist eine Erfindung des Westens da hat er darauf hingewiesen einen Teil das Sächsisch mal als Sprache der adligen Damen galt da merkt man auch eine Grundverletzung so ein bisschen heute wird man nur äh wird ja lustig gemacht so oder und wenn ein dummer Ossi-Dagisch versechselt er meistens ja auch in den Medien und das merkt so natürlich auch eine Verletzung auch im Osten allgemein immer noch und für mich als Wessi ist das eine ganz spannende Beobachtung und ich hätte es auch so nicht erwartet dass im Jahr 2024 oder 2023 das Thema Ost-West in Deutschland immer noch so eine virulente Rolle spielt da hätte ich gedacht vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten das wird irgendwann sich ausfransen aber es scheint doch noch und es kocht immer wieder neu auf mit neuer Färbung sozusagen ich denke die Erfolge der AfD im Osten sind sowas wie die Erfolge der PDS in den 90ern sie sind ein Stachel im politischen System die PDS gibt es nicht mehr die Linke ist dann eine hippe, woke gesamtdeutsche Partei geworden die keine eigene Osterität mehr hat und auch nicht mehr daran interessiert es anscheinend so dass sich die Wähler und Wähler dort andere Alternativen suchen wobei ich davon ausgehe wenn die AfD die Chance bekommt eine Landesregierung mitzubilden was ich im nächsten Jahr nicht ausgeschlossen halte was die Brandbauer der CDU angeht oder zumindest eine Duldung bei den prognostizierten Wahlergebnissen dann werden wir auch schnell erleben daran auf die Fleischstöpfe dass da auch dann schnell viele Ideologien und Themen hier mit über Bord geworfen werden also ich habe da keine große Angst vor einigen ich begrüße es auch nicht aber ich sage es nicht irgendwie ich sehe nicht den Untergang der westlichen Demokratie dadurch und ich sehe eher dann das österreichische Modell also da merkst du auch wie die Gesellschaften sich an den Rechtspopulismus gewöhnt haben denn vor 22 Jahren als in Österreich die erste ÖVP-FPÖ-Koalition kam da gab es ja Sondersendungen soll man nach Österreich fahren noch und das Ergebnis war dass die FPÖ sich damals schnell entzauberte auf ihre Wähler in der Regierungsverantwortung und ich glaube bis jetzt hat die AfD noch keine Verantwortung übernehmen müssen natürlich verschiebt sie ein Diskurs nach rechts und je tiefer man sich mit der AfD beschäftigt und ihrem Milieu merkt es natürlich ganz schnell Roda also das Zentrum von Ellen Kozica und Kubitschek die wirklich in der geistigen Tradition der ich würde sagen 20er keine Nazis sind um Gottes Willen aber in dieser Tradition der antidemokratischen Jünger damals und dieser Welt leben und so weiter und ein eigenes ich sag es mal so politisches Konzept verfolgen während dann hast du im Bundestag Leute wie Beatrice von Storch die im Endeffekt eine verhinderte FDP ist so ein bisschen also ein bisschen nationalliberaler eingehaucht und da sind ja auch gewaltige Spannungen und die werden irgendwann zum Ausdruck kommen spätestens dann wenn die AfD in die Nähe von Regierungsverantwortung kommt man merkt es jetzt schon um die Stiftung welche Konflikte es da gibt also nein das Phänomen haben wir überall in Europa ganz in Italien wo Frau Meloni für viele Wähler so eine ganz große kulturelle Veränderung und als erstes außenpolitisch hat sie sich sehr stark viele enttäuscht sozusagen weil sie als erstes mit Zelensky nicht wahr und da waren viele enttäuschend dass sie so irgendwie ein anderer Blick auf Russland kommt bei vielen dieser Wähler da und sie scheint jetzt eine Partei der bürgerlichen Mitte zu werden seltsamerweise wird sie ja kaum auch in unsigen Medien als rechts dargestellt wahrscheinlich weil sie in Frieden mit NATO und Zelensky gemacht hat vielleicht ist das deshalb dass bei uns eben das Wort rechts dann entfällt obwohl sie ja wirklich aus der postfaschistischen Tradition kommt nicht wahr und nicht irgendwie anders nein und wenn du es in Schweden anguckst Schweden ein Land das über Jahrzehnte als das sozialdemokratischste Land der Welt galt und auch in Mitteleuropa in Deutschland so sehnsüchtige Blicke nach Norden von Vollbeschäftigung und Frauenemanzipation und vorbildliche Einwanderungspolitik ein Land das ganz schön in die Krise gekommen ist wenn man genau hinguckt das heute mit Gang Violence zu bekämpfen hat mit Schießereien das ist ja alles Dinge die man vor ein paar Jahren mit Schweden noch nicht assoziiert hat mit einer Mord die inzwischen höher ist als in Deutschland und hätte man das vor 20, 30 Jahren gesagt dann wäre man in Schweden wäre man glaube ich ein bisschen verwundert auch einer fehlgesteuerten Einwanderungspolitik in Schweden konnte man lange beobachten dass die Einwanderungspolitik sehr fortschrittlich war im Sinne von Sprachkursen aber auch ein bisschen wenn du die Einwanderungszentren anguckst die liegen dann weit draußen im Wald da kommt dann so eine Plattenbausiedlung und da eben dann 80% Somalis und man hat irgendwie geglaubt das wird alles sich irgendwie so integrieren und das ging ein bisschen nach hinten los das haben wir auch in anderen europäischen Ländern und anscheinend ist es so da bin ich auch sehr vorsichtig in meinen Beobachtungen in Deutschland ich merke zum Beispiel gewisse Sachen die Leute in Sachsen äußern wie ich sie gehört habe in Ostsachsen auf meinen Lesungen wie auch dann so im Nebenbei wären in Köln oder Hamburg wo ich ja aufgewachsen bin so nicht glaube ich möglich oder wären dann schon sehr als deklassiert verschrien und da beobachtest du halt immer dass die Lebenswirklichkeit der Menschen immer noch auch ihr politisches Denken prägt also wenn du jetzt ein Mensch bist der in Hamburg lebt in einer Stadt wo dein Zahnarzt iranischstämmig ist wo du also gar nicht darum hinkommst da kannst du ja gar keine ethnische in Klau oder in Frankfurt am Main oder in Köln oder aus Baden-Württemberg wie auch immer oder im alten West-Berlin ich merke aber immer noch zum Beispiel dass in Regionen wo das kein Alltag ist natürlich wie in Ostsachsen wie auch in Teilen Berlins hier in Friedrichshagen zum Beispiel dass immer noch ein bisschen anders wahrgenommen wird dass Zuwanderung Einwanderung und dass man die positiven Aspekte von Einwanderung hier nicht so richtig kennt oder in diesen Regionen dafür die Ängste und die negativen Aspekte und in den Einwanderungszentren kennt man vielleicht nur die positiven und nicht die negativen so reden die Leute oftmals aneinander vorbei wenn jetzt der Bürger in Bautzen der jetzt plötzlich Angst hat vor 30 jungen Syrern die da rumlaufen seine Ängste äußert ihm jetzt aber gleich übers Maul gefahren du bist aber Nazi weil der Bewohner aus der Schanze in Hamburg jetzt ganz normal jeden Tag Tür an Tür mit Türken Arabern lebt und seine vegane Falafel futtert und so weiter und an der Uni die reden dann dann vorbei weil es jetzt völlig verschiedene Phänomene sind und diese Sprachlosigkeit die dadurch entsteht ich glaube die ist auch eine Brutstätte für nicht nur in Deutschland für diese was wir Rechtspopulismus nennen für diese Entwicklung ja wenn ich wenn ich das erwähnen darf ich komme ich bin selber Wessi ich komme aus Heidelberg da bin ich aufgewachsen ich bin auch US-Amerikaner und ich wohne jetzt hier in Potsdam also im Osten und wenn ich mit meinen Nachbarn spreche und Kollegen also hier mit Ossis und ich sage oft ganz offen ich komme aus dem Westen und so weiter meine Erfahrung ist wenn ich zuhöre selber wird mir auch zugehört und ich bin ich bin ein Linker und ich mag die AfD überhaupt nicht ich sage das auch ganz offen so und ich habe schon oft erlebt man hört ganz interessant zu man ist dann auch offenherzig und auch tolerant es geht halt wirklich auch um wechselseitigen Respekt und um ein gewisses Verständnis und ich versuche dann auch immer zu verstehen warum Menschen bestimmte Ansichten haben darunter auch solche die mir gar nicht gefallen muss ich dazu sagen die ich sogar für rassistisch halte und trotzdem aber viele Journalisten sollten natürlich erstmal lernen zuzuhören und nicht gleich zu labeln und natürlich du hast völlig recht ich habe auch Sachen gehört da hat mir Christ in die Gänsehaut wo du denkst teilweise und dann frage ich nochmal nach wie meinst du das jetzt und dies und das und weil wir alle ob wir zum Thema Zuwanderung oder zum Thema älter werden oder zum Thema soziale Sicherheit haben ja Ängste Ängste sind Teil der menschlichen Existenz und wenn man sie immer nicht artikulieren darf wachsen sie ja auch in Aggressionen aus und so weiter und wenn du das Gefühl bekommst und nicht jeder Mensch ist ein Wortakrobat nicht jeder Mensch hat Sozialwissenschaften studiert und auch ich beobachte zum Beispiel dass ich diese Entwicklung dass jetzt ständig neue Begrifflichkeiten erfunden werden also auch mit großer auch in akademischen Milieus gerade von Menschen die weder Migrationshintergrund noch abweichendes Sexualverhalten haben die dann dauernd Begrifflichkeiten kleben welche Gruppe zu welcher Gruppe gehört was ja eigentlich im Gegensatz zu dem angestehnten Individualisierung steht weil es werden wieder neue Kollektivgruppen aufgebaut und oder um das mal so deutlich was hat ein schwuler Türk mit Alice Weidel zu tun nach dieser Logik der LGTB müssten die eine Gemeinschaft bilden mit gemeinsamen Interessen so aber anscheinend ist es nicht der Fall und nicht jeder Migrant fühlt sich solidarisch mit anderen Migranten oder das ist ja alles so das ist so ein Punkt es werden meiner Meinung nach Trugbilder entwickelt die aus den akademischen Hörsälen hinaus strömen ich habe neulich darüber nachgedacht weil ich zum ersten Mal den Begriff Innen gehört habe und es fiel mir ein an Uni Hamburg in den 90ern da gab es im Vierturm der Vierturm ist heute noch auf dem Campus Uni Hamburg ein schrecklich hässliches Hochhaus wo die philosophische Fakultät sich befand und Erdgeschoss waren Räumlichkeiten die von Antifa-Leuten so frequentiert wurden und autonome Antifan und da kam eine junge Dame raus und die hatte ein T-Shirt und da sagte ein Typ zu ihr ah du trägst einen Bekenner in dem T-Shirt und das muss irgendwie in den 90ern gewesen sein und ich saß da liegt wie abstrakt also wie seltsam und es ist aber doch so dass das ja vieles aus diesen ähm ähm schlecht gelüfteten Uni-Räumen dann so in die Gesellschaft äh mit dem sozialen Aufstieg und beruflichen Werdegang dieser äh Aktivisten doch verbreitet hat und insofern ist es natürlich auch ähm äh ein gewisses Fremdeln bei breiten Bevölkerungsschichten die nicht äh Sozialwissenschaft oder Philosophie studiert haben ähm ähm wenn sie jetzt ihren Alltag damit verbringen müssen ihre Familie durchzubringen als LKW-Fater oder als Kassiererin und die nicht dauernd nachdenken wie viele Gendersterne sie jetzt äh verwenden oder was 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 POCs sind und so weiter und ähm ich habe in der Familie selbst Menschen die heute äh als POCs und sowas gelten und ähm die lachen sich tot über diese Begrifflichkeiten ähm also Menschen der der eine älteste Teil aus Afrika kommen als aus Deutschland und die sagen auch ein sehr seltsames Phänomen wenn ihnen äh weiße Deutsche erklären ähm die sind ein POC ne also die sagen immer ich habe noch nie ähm People Without Color kennengelernt selbst Albinos haben eine Farbe ne so als Beispiel aber das Erstaunliche dabei ist man versucht die immer diverser werdende Gesellschaft zu labeln mit Oberbegriffen und ich sehe im Westen eine Entwicklung die ich so charakterisiere auch gerade in den letzten Tagen nach diesen wir leben ja auch in der Bundesrepublik stürmische Zeiten ich rede nicht vom Wetter von der innenpolitischen Lage die ich so ich bin ja ein Kind dieser Bundesrepublik äh so noch nicht erlebt habe also Unzufriedenheit und äh Proteste gab es ja immer schon und unterschiedliche Auffassungen aber ähm es ist halt so dass ähm auch die Reaktion von Habeck jetzt zum Beispiel in seiner Rede die fand ich äußerst schwach wo er dann war vor Umstürzen etc ähm man könnte sagen wir versuchen mal eine andere Politik zu machen oder aber nein es sind natürlich Umstürze aber in der Tat ähm merke ich halt auch dass diese Kluft immer größer wird und die offizielle das offizielle Narrativ ist ja wir sind so ein Land wo alles wo jeder kann und One World etc aber es scheint nicht zu funktionieren das Narrativ scheint mit der Realität oder mit der gefühlten Realität nicht mehr ähm in Einklang zu sein falls es jemand war aber heutzutage werden durch die sozialen Medien und das alles natürlich solche Sachen noch befeuert Menschen werden auch politisiert wenn auch oberflächlich oftmals auch ohne Substanz muss ich auch dazu sagen ähm die vorher völlig apolitisch waren ja und die zufrieden waren mit äh wie hat das mal Brecht ausgedrückt äh mit der Butter auf dem Brot so ähnlich glaube ich war das mal so und äh die werden auch oh jetzt will ich auch mal hier rein ich bin überdachteiligt und so weiter ähm aber wie auch immer dass das sein wird das ist ja die Entwicklung ist noch im vollen Gange und meine Befürchtung ist oder was heißt Befürchtung meine Beobachtung ist dass wir uns hin zu einem autoritären Liberalismus also der wird immer strenger ähm dass der Begriff eines französischen Soziologen das Name mir leider entfallen ist aber das kann man auch mal nachrecherchieren der hat das mal vor Jahren er hat ja mal gesagt diese unsehgebaren Gesellschaften die der Westen die die Gesellschaften des Westens langsam darstellen unsehgebaren in dem Sinne lauter Partikularinteressen kein gemeinsamer Nenner mehr und in der Tat war es ja auch für herrschende Kreise bequem da hast du da die LGB-Gruppe da die Migranten da die Frauen und jeder dreht sich um die eigene Achse ist mit sich selbst beschäftigt sodass keine gemeinsamen Interessen mehr wie Lohnerhöhung soziale Absicherung etc das alles fettbendial noch bespielt und dramatisiert und emotionalisiert ähm und dann ähm ja hast du Psychosen kann man auch züchten nicht wahr und insofern ähm hast du denn eine unregelbare Gesellschaft die auseinanderfällt wo sich natürlich die einzigen Bestandteile irgendwann fragen warum zahle ich für die anderen Steuern ich meine dieses Problem mit dem Angry White Man der mit Recht die Frage stellt wer ist eigentlich meine Lobbygruppe irgendwann sozusagen ähm und das Gefühl bekommt wenn er den politischen Diskurs sich anhört dass es ja nur um irgendwelche äh ideologischen Versatzstücke geht also bestes Beispiel ich fahre nix nach Gelsen und Kirchen eine Stadt die lange Zeit ist die ultimative SPD-Hochburg galt wo bis in die 90er noch 60% SPD wählten ja das ist inzwischen nicht mehr so du kannst dir vorstellen welche Parteien davon profitieren also nicht die CDU oder auch nicht die Grünen ne ich war wer welche Partei wählen die Kleinangestellten die Lohnabhängigen die Prekärbeschäftigten wenn du heute ein Mann bist oder eine Frau die im Blaumann arbeitet äh und jetzt nach Feierabend sich politisch interessiert dann geh mal zum SPD-Ortsverein mhm da wird ja Frau Müller-Schmidt vegane Schnitten servieren und die erstmal belehren über Gendersternchen das gleiche passiert ja bei der Linken vielleicht sogar noch krasser von den Grünen ganz zu schweigen aber bleiben wir bei der SPD von der traditionellen Arbeitnehmervertretung ja der hat natürlich das Gefühl und selbst wenn er offen ist und sagt ja das finde ich gut und ich möchte auch dass mein migrantischer Kollege gut behandelt wird ich habe nichts gegen Schwulen und Lesben wird er irgendwann das Gefühl bekommen das ist wie Kirchenlatein als die Gläubigen nicht verstanden was der Priester predigte ne so und und dadurch kommt natürlich dann eine Entfremdung und Frau Müller-Schmidt die Leiterin der Volkshochschule die linguistisch studiert hat und aus dem akademischen Elternhaus kommt kennt dieses andere Bild gar nicht und schaut auch mit Verachtung darauf herunter oder vielleicht mit Befremdlichkeit sozusagen und also entsteht eine Trennung das haben wir dass diese traditionellen linken Parteien also sozialdemokratische Parteien in Europa immer mehr verlieren nicht nur in Deutschland Österreich, Schweden viele andere Länder Labour in England Frankreich die Sozialisten was noch die Sozialisten noch nicht war und die Leute wandern in die sogenannten neuen rechtspopulistischen Parteien ab die meiner Auffassung weder Altnazis sind noch die alte reaktionäre Konservative sondern was dazwischen sie haben Versatzstücke es gibt auch bei der AfD auch wenn es bestritten wird natürlich Splitter des Neonazismus gerade auf untersten Ebenen merkt sich Äußerungen auch wenn die Partei das mit vehement bestreitet aber das stimmt nicht das hat sie nicht im Griff wenn sie es im Griff haben will aber du hast natürlich eher so einen weiten kleinbürgerlichen Anspruch so die Welt so zu sehen wie sie früher einfacher erschien sie war nicht einfach aber du wirst ja heute mit allen möglichen konfrontiert du kommst nach Hause und machst das Ding an Laptop und so weiter und so fort lese ich in Käseburg in der Wald wurde eine Zwölfjährige sexuell belästigt so kommt natürlich bei vielen Leuten der Eindruck die Welt ist viel schlimmer geworden und in der Tat ist die Mordrate in Deutschland seit Jahrzehnten gesunken aber das Gefühl ist ein anderes und gegen Gefühle das wissen wir kann man schlecht was machen du hast gesagt autoritärer Liberalismus ich würde auch von einem Extremismus damit sprechen weil unsere Eliten bauen ständig ein manichäisches Weltbild nach dem anderen außer manichäismus ja es gibt das absolut Gute gegen das absolut Böse das machen wir in der Außenpolitik so absolut Russland und China sind absolut böse es gibt keine Nuancen wir müssen nichts verstehen was sie sagen wie sie die Welt sehen wir können nichts von ihnen lernen wir können keine Kompromisse schließen und Russland führt ein Vernichtungskrieg in die Ukraine aber bei Israel gegen Gaza darf man nicht so genau das ist dann so ein bisschen ich meine immerhin merkt man es schon Putin darf man Hitler nennen aber wenn man Paniau Hitler nennen würde dann wäre man und wirklich sehr seriöse Experten zum Thema haben darauf hingewiesen mit Zahlen wirklich mit Statistiken dass der Krieg in Gaza unglaublich deutlich brutaler ist als der Krieg in der Ukraine man könnte sich darüber streiten also die Tragik ist dass Israel diesen Krieg jetzt verloren hat egal wie er militärisch ausgeht das kommt dazu ja das ist auch sehr gefährlich für Israel das ist sehr gefährlich für Israel weil ich denke die Kombination aus inpolitischer Entwicklung in Israel plus diesen Blutvergießen ist ja auch ein Ausdruck eine Verzweiflung ein bisschen also im einen hat man keine militärische Strategie man weiß nicht wie man damit umgehen soll und versucht jetzt mit einem Auge im Auge Zahn um Zahn plus 10 eine Art Blut daraus stehen die Hamas-Terroristen gegenüber der Zivilisten versucht man jetzt militärisch noch in Gaza genauso also und dass dadurch die Saat gelegt wird für die nächsten Generationen für neuen Hass und das wird anscheinend das hat ja bei der israelischen ich meine Leute wie Moshe Dayan und solche Leute die die Helden des Sechs-Tage-Krieges 67 die hatten ja schon einen weiteren Blick als die jetzige Regierung und ich bin kein Israelis der möchte mich nicht äußern zu dem zu der Moral der jetzigen Regierung aber dass die nicht ganz sauber sind die Netanjahu-Klicke und weiter rechts so ist ja auch bekannt und dass auch da ein Interesse besteht den Krieg weiterführen zu lassen übrigens auch bei der Hamas das ist ja das ist ja das Tragische dabei mir hatte Amos Otz mal der verstorbene israelische Schriftsteller mal vor Jahren als er im Buch eine Geschichte von Liebe und Finsternis rauskam im Interview gesagt wir haben eine schreckliche politische Führung die Palästinenser haben auch eine schreckliche politische Führung das ist unser Schicksal und bei der jetzigen Konstellation rechtsreaktionär Israel plus islamisch fundamentalistisch Hamas haben wir natürlich eine Konstellation dass beide Seiten die Hamas hat das ja die mussten ja wissen dass Israel zurückschlägt bei so einem Anschlag und im Endeffekt haben sie den Mythos der Unbesiegbarkeit Israels gebrochen sie haben ihn gebrochen und wenn es gelungen ist vom Gaza aus doch 20-30 Kilometer ins Kernland vorzudringen diese Städte in diese Kibuzin es trafen überwiegend Leute aus dem linken oder dem hedonistisch liberalen Spektrum Tel Aviv Disco-Szene plus Kibuzin die ja bekannt sind Friedensbewegungen Friedensbewegungen und das ist halt so ein bisschen auch die Tragik dabei dass es alle die traf und jetzt trifft es einfach Zivilisten die vielleicht gar nicht mit Hamas zu tun haben da fragt er keine Bombe nach oder keine Drohne und dass dann natürlich der Hass und dieses nur noch der stärkere Gewinn und wehe den Besiegten nicht funktionieren kann alleine schon und da komme ich auf mein Buch wieder zu sprechen auf die Weltlage alleine schon auf der veränderten geopolitischen Ausgangslage der Schwächung des Westens denn wir erleben ja der Westen hat sich völlig verspekuliert bei seiner Sanktionspolitik gegen Russland als Baerbock schwafelte das wird Russland ruinieren hat man es glaube ich wirklich geglaubt und dann kam das große Erstaune dass Indien zum Beispiel also wie Indien umworben wurde von Johnson von Scholz von der Leyen das wäre vor ein paar Jahren noch nicht passiert Indien war so ein bisschen hier Rikscha und Goa vielleicht mal aber jetzt merkt man das ist ein gewaltiger geopolitischer Akteur und der pfeift nicht der tanzt nicht der pfeift des Westens Scholz vor einem Jahr heute vor einem Jahr war er glaube ich in Lateinamerika in Argentinien in Brasilien wo er sich als Vertreter der USA als deutscher Bundeskanzler aufführte indem er die Argentinier und Brasilianer und Chilien aufforderte ihre Waffen rauszugeben und ihm dann gesagt wurde von Lula das ist ein europäischer Krieg und kein Weltkrieg für uns und Scholz auch feststellen muss dass die Welt nicht nur westlich ist und diese Erkenntnis dieses Abbröckeln hat ja hat gar nicht funktioniert in Deutschland selbst haben wir uns dadurch eine sehr schwierige ökonomische Ausgangslage gegeben und die Probleme der Zintegrierung und die Wut der Bürger ist natürlich die Grundlage des Ganzen man hat sich zu sehr in den ukrainischen Schlamm verfahren man glaubte damit der Politik der NATO und Washingtons Vorgaben zu erfüllen nur wir wissen ja auch die Amerikaner decken imperial und wir wissen jetzt schon dass eine andere Politik demnächst davon gehe ich zumindest aus in Washington ein Zielwert wieder mal oder eine altbekannte Politik und wenn dann wieder America First auch auf die Liquid Gas Preise rausfliegt dann möchte ich mal wissen wie das hier ankommt und das ist schwierig weil hier doch einige politische Akteure also ich kann mir nicht vorstellen dass die Ampel da noch eine Rolle spielen kann mit einem neuen Verhältnis zu Russland jetzt so die Amerikaner die Ukraine fallen lassen geopolitisch und mehr oder weniger der Krieg ist entschieden also man kann immer noch mehr Menschen Wellen entgegenbringen aber ich glaube auch langsam wird bewusst dass in der Ukraine selbst die Lunte brennt und die Geduld zu Ende ist und da sich noch andere schwierige dramatische Folgen die noch gar nicht erfasst sind zum Beispiel Antisemitismus in der Ukraine die Wut auf den Juden Selinsky dann nachher das Land das kann ich mir alles vorstellen das wurde bis jetzt in so Art Burgfrieden ruhig gehalten aber ich möchte nicht wissen ob der rechte Sektor in der Westukraine dann das einfach so hinnehmen wird wenn Selinsky dann irgendwann einen Waffenstillstand plus Gebietsabtretungen weil er nicht mehr kann machen muss da bin ich nicht so sicher wie das sich auswirkt ob das so hingenommen wird oder ob eine Art Partisanenbewegung in der Westukraine haben werden das wissen wir alles nicht und was die EU dann macht die hat alles möglich der Ukraine versprochen das wird auch noch heikel Versuchen wir doch noch mal was zu sagen zu Konflikten die viel zu wenig vorkommen und die in deinem Buch vorkommen was passiert denn in Nagorno-Karabakh ist Europa anders als ein Kap Asiens und wir sollten nur auf die Landkarte gucken um zu erkennen dass das ja so ist wir sind untrennbar geografisch mit Asien verbunden wo immer eine Erfindung der Geostrategen und der Kartografen nun Asien beginnt und Europa endet also in Georgien betrachtet man sie als Balkon Europas und obwohl ja Georgien deutlich hinter Istanbul liegt wo eigentlich die Grenze verläuft und dann wieder im Oral also das ist ja immer so eine Sache wo das Aufritten anfängt egal das ist bei manchen Leuten von Eurasien aber wichtig ist zum Beispiel der Südkaukasus wo Armenien und Aserbaidschan liegen die Region zwischen Schwarzen Meer und Kaspische mehr erwähnt erst zu Beginn wird in den nächsten Jahren einen enormen geopolitischen Aufwind erleben und ich erinnere daran dass in uralten Landkarten aus dem Jahrtausend ungefähr das Kaspische Meer den Mittelpunkt der Welt bildete und das ist ja auch in der Westverschiebung der Welt jetzt erleben wir eine Rückverschiebung natürlich nicht mehr drin Kaspische Meer das war dort da hinten Sowjetunion jetzt erlebt dieses Kaspische Meer das zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon das Epizentum des Great Games darstellte zwischen Russland dem zaristischen Russland dem britischen Empire Baku wo die Gebühr der Nobel wo Franzosen Schweden waren wo du heute noch in Baku die Jugendstilarchitektur siehst neben den Glitzer Hochhäusern aller Dubai und das wird uns mit der Region beschäftigen insofern ist das was in Nagorno-Karabach passierte eine ethnische Flurbereinigung eine Vertreibung auch von der moralischen Komponente interessant denn sie stellt das Versagen unserer hohen Moral dar wie hatte Scholz doch gebrüllt als er im Sommer letzten Jahres von Demonstranten von Friedensaktivisten unterbrochen wurde auf seiner Rede da wurde er plötzlich der Verloher die Kontenanz und brüllte ihr seid die gefallenen Engel aus der Hölle oder irgendwie so und er fragte dann rhetorisch wo käme der hin wenn Europa Grenzen verschoben werden und natürlich meinte er das in Bezug auf Putin und Ukraine aber da hätte man nicht fragen können ja in die Südkaukas zum Beispiel wo Aserbaidschan ein Land das von Scholz als stabiler und von der Leyen als stabiler Energielieferant gelobhudelt wird obwohl es eine sehr reaktionäre korrupte Machtelite von einer Machtelite regiert wird und in keinster Weise westlichen Werten entspricht du schreibst sogar in deinem Buch es sei in einer Republik der Angst du hättest selten so viel Angst erlebt in einer Diktatur ja also ich muss sagen wenn ich das vergleiche und ich habe ein ganz also wenn du die Windrichtung feststellen möchtest machst du die Finger feucht und hält sie in die Luft eine alte Regel für Segler wo kommt der Wind her und braucht man keinen Kompass und wenn du jetzt spüren möchtest in einem Land wie ist die politische Stimmung fang mit den Leuten politische Gespräche an spreche mit ihnen über ihre Regierung da wird man schnell merken dass es viele Länder gibt die im Westen eigentlich die schlimmsten alle Diktaturen dargestellt werden wo die Leute schimpfen wie Rohrspatzen im Iran zum Beispiel also da sagen die Leute ganz offen und ziemlich deutlich was sie von der Regierung halten und da hat man nicht unbedingt den Eindruck ohne dass ich jetzt die Repressionsapparate verharmlosen möchte im Iran der zweifelsohne existiert aber man hat nicht den Eindruck dass in der Alltagswelt die Angst so stark ist dass man gar nicht irgendein Wort sagt oder sich fünfmal umguckt ich habe ein Gespräch in Irkutsk gehabt mit einem Mann auf der Straße der war ganz interessant der war Gefängnisseelsorger und verkaufte nebenbei Ikonen in so einer Art Flohmarkt und der erzählte mir spannende Geschichten wie in den 70er Jahren Blue Jeans mit der transsibischen Eisenbahn diese entfernte sibirische Region die nachgeschneidert worden sind und die Beatles-Platten war sehr interessant und er erzählte mir dann auch und ich fragte ihn wie erwischt denn das Putin das System Putin und da sagte er ja also hier meckern kann ich die ganze Zeit und hier noch mich abfällig äußern aber sobald ich eine Demonstration starten würde mit 100 Leuten oder 10 Leuten wäre es problematisch und das sagt viel aus über die Zustände und wahrscheinlich bis heute also es gibt ja auch YouTuber die in Russland ständig durch die Gegend laufen und die Leute fragen auch sehr kritisch zum Krieg zu Putin und die es nicht ungefähr so merken als ob die jetzt Angst haben dass ihnen da und Leute folgen und so also gewisse bürgerliche Freiheit hat auch das putinsche Regime seinen Leuten lässt es ihnen da oder in China muss ich sagen war es einfach die Sprachbarriere auch zu groß dass ich es genau einschätzen konnte wie die Leute ich weiß aber ich hatte mit einem Mann gesprochen als wir auf dem Tiananmen auf dem Platz des himmlischen Friedens waren und er sagt und ich hatte einen Dichter erwähnt und er sagte ja der ist bei uns ja mal ungerade gefallen und ich meinte achso er meinte aber auch dass dieser Dichter doch sehr gut das Gefühl der Chinesen widerspiegelt und das war ein Dichter den Scholler Thur mal zitiert hatte über die politische Herrschaft Chinas und zur Zeit der Mandarinen aber es kann man auch die heutige Zeit übertragen und er sagte ja der ist den ungerade gefallen aber ja er hat schon einen gewissen Ruf bei vielen Leuten und in Aserbaidschan habe ich wirklich Angst gespürt also es war auch so ich hatte ja ich kam ja aus Armenien über Georgien und das war ja schon problematisch genug weil mit armenischen Stempel in Pass und so weiter und ich habe das nicht in der Gornik-Karabach besucht weil dann wäre eine Einweise nach Aserbaidschan zumindest in diesem Zeitabschnitt unmöglich gewesen damals aber ich merkte zum Beispiel auch in Baku bin ich dann jenseits der Prachtstraßen auch in Vittel gegangen die ähnlich wie in Havanna eigentlich sehr schön waren sehr nostalgeschwärgten alte Bauten kleine Läden alte Kinos die jetzt im Zerfall preisgegeben waren und wahrscheinlich inzwischen schon abgerissen sind und da habe ich so begeben mit einem Mann gehabt der saß vor einer in seiner Wohnung die eine kleine Galerie war mit Wellensittichen und Französisch sprach ich muss mal kurz das Stromkabel anschließen entschuldige ich merke Kartakisch das ist niedrig und da kam ich mit Leuten ins Gespräch ich bedauere dass ich sehr schlecht Russisch spreche und leider nicht alles verstehen konnte aber doch so viel dass die mir sagten das war auch mal das armenische Vittel der Stadt und wir wissen sind die Armenier es lebten noch 150.000 Armenier in Baku in Aserbaidschans noch zu Beginn der 90er Jahren also ein Zehntel der Bevölkerung mindestens und die wurden hier kollektiv vertrieben es gibt vielleicht noch vereinzelt Armenier aber zumindest ist es ratbar sich nicht unbedingt armenisch zu zu doll zu betonen und die erzählten wir auch von den Progromen der frühen 90er etc. die es auch auf armenische Stadt gegen Aserbaidschan gab also es ist nicht so dass es nur eine einseitige Entwicklung war aber überall in Kriegskonflikten aber ich habe den mich erkundigt aus der Regierung da wurde sofort so die Geste oder mich Witz gemacht über die Omnipräsenz des verstorbenen Vater des jetzigen Präsidenten der überall auf Plakaten zu sehen war und dann habe ich auch gesagt habe ich das Lächeln versucht zu kopieren dieses schiefe Lächeln und wurde sofort also auch und in der Tat tauchte ein Polizist dann auf und der wissen wollte was ich da mache warum ich es fotografiere und habe ich als unschuldiger der Touristen ausgegeben und dann ging es auch aber du merkst schon dass dort die Leute nicht gerne über ihre eigene Politik sprechen und über ihre Macht und dass sie auch Angst haben zum Teil und ich muss aber dazu ehrlicherweise sagen dass ja inzwischen leider auch in die westlichen Gesellschaften und ich möchte jetzt keine unzulässigen Vergleiche anstellen wir werden Gott sei Dank nicht für unsere kritischen Äußerungen bis jetzt muss ich nicht gleich wenn ich zum Supermarkt gehe damit rechnen dass ein Auto anhält und mich verschleppt und wir wollen auch hoffen dass das so bleibt aber natürlich muss man auch mit Sanktionen rechnen heute wenn man sehr kritisch ist und wir werden wir werden Journalisten wie du und ich wir werden um es mal klar zu sagen wir werden marginalisiert häufig nicht immer zu bestimmten Themen lässt man uns nicht schreiben oder nicht viel also so erlebe ich es wir werden und wir müssen auch damit rechnen schlecht gemacht zu werden falsch dargestellt zu werden und dann haben wir wenige Möglichkeiten unsere Ansichten korrekt darzustellen ich sage aber mal so also zum Beispiel ich mache jetzt ein Interview mit den Nachdenkseiten hier und das gilt ja für manche Leute als umstritten aber ich halte mich noch für so geistig fit dass ich mein eigenes Bild mir machen kann und meine eigene Analyse und wenn jemand mir irgendwas liefern kann was jetzt wirklich umstritten sein könnte oder bedenklich dann würde ich ja vielleicht auch meinen eigenen Zweifel haben aber wie gesagt solange es nicht der Fall ist und die Äußerung dieser Leute schon sehr umstritten sind meiner Meinung nach dann bin ich da ganz entspannt und man darf sie auch glaube ich da keiner also ich hatte bisher das große Glück das kann sich jetzt hier ändern aber dass ich mir immer einiges schon erlaubt habe so ich habe angefangen zu schreiben für Zeitungen wie die Welt Neu-Züricher Wartemarser-Daktur beim ND und ich habe immer Thesen eigentlich schon vertreten nicht um jetzt immer Opposition zu sein das nicht also ich bin dafür dass ich dagegen bin sondern ich habe versucht die was ich sehe also die Erkenntnisse die ich gewinne weiterzugeben und die haben sich auch im Laufe der wir haben es ja kennengelernt glaube ich vor 18 Jahren da zu einer anderen Zeit und zu anderen da haben wir vielleicht auch manche Sachen anders gedacht aber ein wacher Geist bleibt natürlich nicht irgendwo stehen und ich denke mal so dass ich heute doch staune wie sich unsere westlichen Gesellschaften doch entwickelt haben und du hast es gerade angedeutet nicht zum Vorteil wie ich finde was den also was ja ein großer Vorteil des Westens immer war gegenüber anderen politischen Systemen und was ja auch immer war doch ein dass man seine Meinung sagen konnte platt ausgedrückt oder dass man die Meinung wir können sie auch noch sagen aber die ganzen Debatten höre und jetzt hat der was gesagt und das ist umstritten und diese Folgen auch das Ganze diese Cancel Culture also ich meine das ist schon eine Krankheit Cancel Culture ist eine Krankheit für mich nach dem Motto der hat was gesagt was auch der gesagt hat deshalb ist das genau so zu sehen wie der andere das gesagt also völlig absurd und das würde ja das Ende jeder intellektuellen Reflexion bedeuten also keine der großen Geister der Vergangenheit hätte sich dadurch entwickeln können also ja ich möchte es mal so sagen und vielleicht fühlt sich sogar ein Zuschauer oder ein Leser sogar ein bisschen angesprochen aber ich finde die meisten politischen Lager heute sind zu intolerant fast alle eigentlich die Mitte ist sehr intolerant die Eliten die Eliten die liberalen Eliten sind völlig illiberal häufig nicht immer die Linke ist oft sehr intolerant mit ihrer Vogue Culture und ähnlichen Geschichten und die Rechte sowieso also die AfD ist auch nicht besonders tolerant wenn die klagen darüber mundtot gemacht zu werden muss man auch mal sagen Entschuldigung also ihr macht auch Menschen mundtot und seid nicht gerade Vorbilder im Zuhören und und diskutieren mit Andersdenkenden das ist schon frustrierend Ja Michael jeder zieht sich so hat den Eindruck hinter seinen eigenen Barrikaden zurück ja das ist wie so ein Stellungskrieg wie so ein permanenter Stellungskrieg in der Debattenkultur und das kann ja auf Dauer auch nicht der Zustand der unserer Gesellschaften sein weil einerseits wird die Vielfalt gefördert Diversität behauptet das ist gut aber gleichzeitig wird in dieser diversen Multi sonst was Gesellschaft ja keine Debatte mehr zugelassen und das ist natürlich ja also das ist ja ein totaler Widerspruch eigentlich und natürlich ich kann mir ich kann mir es nur so erklären dass man Angst hat und was du als Intoleranz bist teilt sehe ich halt ein bisschen auch als naja man merkt dass da was im Gange ist und versucht mit früher hat es geklappt das ist rechts oder das ist umstritten oder das ist dies oder jenes querdenken frei denken früher war eine querdenken es gab noch einen querdenkerpreis Thomas Gottschka 2005 einen querdenkerpreis also da galt der querdenken noch als begrüßenswert und solche Sachen und heute wird ja wirklich mit einer Rasanz diese ganzen auch die alten Ikonen werden abgeräumt und jetzt geht es los also ich persönlich ein Buch was mich vielleicht interessieren könnte was ich nochmal schreiben könnte wäre so zwischen Orwell und Huxley also ich finde schon dass ich immer mehr Elemente erlebe die Orwell skizziert hat in seinem Buch 84 oder Huxley und insofern waren die beiden Propheten in ihrer Zeit weit voraus nicht wahr also Orwell auch zum Beispiel wenn ich sehe dass jetzt gewisse Filme eine Warnung bekommen Hitchcock Filme weil sie nicht dem heutigen gesellschaftlichen oder der soll das nicht gezeigt werden weil ich meine natürlich sind wir uns einig dass ein Western mit John Wayne rassistisch ist sexistisch das ist ein James Bond Film der 50er Jahre mit Money wie hieß nochmal die Sekretärin Moneypenny Moneypenny Schätzchen und ein Klaps auf den Po und die Frauen dies und das und wie Chinesen und Russen dargestellt werden in James Bond Filmen oder auch Deutsche kann man ja auch teilweise noch hinterfragen aber ich meine man kann ich ja auch kochen ohne Gewürz aber es schmeckt halt nicht steril und seien wir ehrlich man guckt sich einen Spielfilm an einen Actionfilm nicht weil ich jetzt keine Action haben will also ich sag mal so wenn ich in den Zwinger Club gehe was ich nicht tue dann würde ich ja natürlich auch nicht erwarten dass ich da auf Treue mache als Beispiel und wenn man jetzt in die Nacktsauna geht kann man nicht erwarten nur bekleidete Menschen zu sehen so wenn ich einen Actionfilm angucke dann ist da halt Action und wenn ich dann einen politisch korrekten Film gucken möchte soll man das tun aber es muss ja möglich sein für in einer Gesellschaft dass man doch diesen das tun darf ohne dass ich sofort eine Ranking bekomme was man zurecht es ist ja auch eine Form der Arroganz wenn man wenn man sich nicht reinversetzen kann in vergangene Zeiten in den bestimmten Ansichten viel weiter verbreitet waren also die Norm waren natürlich kann man trotzdem werten aber man sollte halt vorsichtig sein und erstmal versuchen die Situation verstehen zu verstehen von einem Menschen auch man soll auch verstehen dass damals die Bildung sehr viel schlechter war und es ist natürlich immer leicht ob sie heute besser ist habe ich meine Zweifel also was nun wirklich Bildung angeht die Bildung ist in die Breite gegangen die formellen Abschlüsse aber ich bin nicht sicher ob ein heutiger Bachelorabsolvent unbedingt viel gebildeter ist als ein Facharbeiter im Jahr 1980 also ja aber zum Beispiel die Demokratie musste ja auch erstmal erfunden werden und wenn man die erfindet dann macht man natürlich auch Experimente und die gehen dann fehl und so weiter und das gilt dann auch für die Ansichten und was ich meine ist man kann auch werten weil man sollte es aber immer in Bezug sehen auf was damals die Norm war und heute werden Denker als reaktionär und rassistisch dargestellt die zu ihrer Zeit definitiv und aus gutem Grund als liberale und fortschrittliche Menschen galten und aber es ist halt nie gut genug und allein wenn man den Maßstab annimmt LGBT-Rechte dann kann man sagen sozusagen vor dem 20. Jahrhundert gibt es dann überhaupt keine Denker die man überhaupt irgendwie ernst nehmen kann weil es gibt so gut wie niemanden vor dem 20. Jahrhundert der sich für LGBT-Rechte ernsthaft engagiert hat und dann könnte man sagen davor haben wir nichts zu lernen und das finde ich fände ich ziemlich arrogant um es ehrlich zu sagen also ich kenne eine witzige Anekdote ich war vor Jahren 2015 war das auf eine Party eingeladen von einer Bekannten die sehr stark auch dem linksliberalen Spektrum sie wird es bestreiten aber sie lebt halt so Akademiker gut verdienend und verkehrt in der LGBT-Szene wie man heute sagt also hat viele schwule Freunde und auf diesem Sommerfest war eine Sängerin eine Transgender und ich hinterhielt mich mit einem Bekannten und da wurden wir als Faggots beschimpft als von der Sängerin weil wir uns gewagt hatten zu quatschen während sie ihre Darbietung die Drittklassik war darstellten und ich fand es immer interessant ich mache das heute noch hier zum spöttischen Vorwurf dass ich zum letzten Mal schwulenfeindlich beschimpft worden bin auf dieser Party wo das linksliberale Mekka blühte nicht war und sie hatte auch dennoch einen Gastprofessor aus Ägypten der schnell geschockt war als alles da und wieder weggegangen ist und diese Sommerparty die ich noch im Kopf habe reflektierte so ein bisschen dieses wenn du es allen recht machen willst machst du es niemandem recht im Endeffekt Punkt und zu glauben durch Erfindung von Begrifflichkeiten kann zu Diskriminierung oder ich glaube kein Rassist wird sich durch den Begriff POC abhalten lassen rassistisch zu sein oder das N-Wort zu benutzen kein homophober Mensch wird jetzt oh es gibt aber LGTBQ wie gesagt ich war in den 90ern schon in der Hamburger Club sehen unterwegs da gab es Gay Partys da gab es die Transvestiten wie wir sagten die da mit ihren Fächern und die Luft zocken das war alles okay Toleranz aber keiner hat sich da irgendwelche Begrifflichkeiten am Kopf geknallt aber man fühlte sich auch nicht unbedingt mit jedem an der Gemeinschaft schließt was ich meine das ist irgendwie so man war Individuum und ich staune mich ein bisschen bei diesen gesellschaftlichen komplexen ja Vorhaben die da immer so aus dem Boden gestampft werden die jetzt angeblich alle Probleme lösen sollen ist der Mensch wir Menschen sind Menschen natürlich haben wir auch Aversionen und Ressentiments und das sollte man jetzt auch auch Aggressionen der Fuchs wird auch weiter Ratten fressen Gott sei Dank dann ist kein Veganer der Fuchs das hätten wir mehr Ratten so als Beispiel und wir sind auch im Endeffekt Teil der Natur ich möchte jetzt nicht zu weit in dieses Thema einsteigen aber wir sollten ich meine wir sollten mal Gedanken machen wie wir Kriege verändern können um uns rum explodiert alles und wir machen uns Gedanken über die richtige Begrifflichkeit also der Gedanke dass man einer Gesellschaft wo Minderheiten diskriminiert werden etwas entgegensetzt absolut 110% d'accord das darf man nicht man muss ja heute man muss ja heute die Begriffe klären damit man nicht missverstanden wird also ich bezweifle nur dass das so wie es stattfindet wirklich die Gesellschaft denn trotz LGBTQ LGBTQ Debatte und POC haben wir die nächsten 35% AfD in Thüringen nicht wahr also wenn das also eine Wundermittel wäre um die Gesellschaft irgendwie zu heilen dann ist das ja ein schlechtes Ergebnis nicht wahr so und wir sollten auch sehr offen sein gegenüber unbewussten Stereotypen die wir benutzen und denken und ich erwische mich selber dabei manchmal meine Partnerin wirft mir manchmal vor das sei eben die Macho-Denken und meine erste Reaktion ist immer was für ein Quatsch ich bin doch Feminist aber wenn ich so nochmal drüber nachdenke denke ich manchmal muss ich mich auch mal entschuldigen also das so eine Reflexion auch ja und zu denken okay das ist habe ich ein unbewusstes Vorurteil das ist eigentlich was Gutes das sollte normal sein vor allem in einer offenen Gesellschaft wo wir immer dazulernen möchten aber man muss es natürlich auch mit einer gewissen Menschlichkeit tun mit einem gewissen Verständnis ich meine wir ändern uns selten wir Menschen ändern uns meistens nicht wenn wir einfach Sachen an den Kopf geknallt bekommen dann verteidigen wir uns und dann kommt es zu einem Konflikt also und das ist was wir heute so viel erleben ist auch sehr traurig auch für Beziehungen also dass wir rund eines falschen Satzes oder ähnlichen Freundschaften kaputt gehen und Familie das Paradies werden wir nicht aufbauen das ist ja so der Gedanke dahinter und ich sag mal so es gab diesen alten Grundsatz bei den Römern leben und leben lassen oder ganz bei den ich weiß nicht wer das genau vorher kam und das ist das klingt ja banal gerade heute aber es ist eigentlich schon viel wert weil natürlich leben und leben lassen wenn der LKW-Fahrer Heino Mettbrötchen essen will lass ihn doch und wenn die Genderforscherin Käthe ihren Veganschnitten wunderbar herrlich und vielleicht möchte ich mal beides ausprobieren kann ja sein aber man möchte nicht immer moralisieren also da entsteht ja eine neue Prüderie auch neben der ganzen Tradition eine Prüderie dass niemand mehr weiß im Endeffekt was er eigentlich möchte und will also ich sah vorhin im Rahmen der Recherche hat mir eine Umfrage aus dem Jahr 1971 angeguckt also eine TV-Umfrage jemand lief mit dem Mikro durch den Kuhdamm und fragte junge Frauen nach ihren Sexualpräferenzen im Jahr 1970 und ich hatte den Eindruck also das war eigentlich viel freier als heute wie die offen die redeten über Themengebiete die heute vielleicht als sexistisch gelten wenn ein Mann um die 40 20-jährige Frauen fragt was er tut aber es wirkt überhaupt nicht schlüpfrig oder sonstig aber die Frauen reden ganz offen die damals jungen Frauen die jetzt wahrscheinlich schon 60 70 sind weil das ja wie gesagt 1970 war aber wenn du das dir anguckst da staunst du wenn man denkt ach die prüde alte Zeit und wenn ich mir aber angucke heute wie unsicher auch viele Menschen geworden sind in diesem Teil der Welt zumindest also in Sri Lanka auf meinen Reisen da guckt man sie an lächelt egal ob Mann Mann Frau Frau und so und lächelt und nett und hier hat man ja schon Angst wenn man einmal nicht lächelt dass das schon als sexuelle Belästigung ich übertreibe natürlich bewusst aber es ist ja so in den Köpfen drin dass ich glaube viele Menschen gar nicht mehr genau wissen wie sie sich eigentlich verhalten sollen und gerade Heranwachsende werden ja so ich sag nicht indoktriniert aber konditioniert dass man sich denn so ich bin ja Pater auch einer Schule geworden in Bad Olles so der Stadt wo ich aufgewachsen bin eine kleine Stadt zwischen Hamburg und Lübeck und auch da habe ich gestaunt weil ich schon alt genug bin diese Lebenszeiten zu haben als ich dort Schüler war und ich idealisiere diese Zeit überhaupt nicht ich fand das sehr restriktiv wir hatten ich sag's lieber nicht wie wir die Schule genannt haben auf jeden Fall unsachlich wie ein Satzstück der Vergangenheit und wie ein Lager und auf jeden Fall sie war sehr restriktiv wir hatten einen Schulleiter der auch ja aus den alten Zeiten stammte und ich weiß ich hatte damals einen gelben Nike Jogging an Supersport das war ein Sakrileg weil man blau weiß und dann wurde ich auch diskriminiert und wurde ständig diskriminiert der wurde ständig gestraft und heute auf der Schule der Schüler hat das einen Freund von mir da hast du den Sozialpädagogen Psychologen also was war damals Fremde Welten und ich sage nicht dass ich jetzt die alten Zeiten wieder habe weil ich habe sie erlebt dass sie nicht gut waren du hast ja ausgelärt du warst auch Lehrerin gegenüber verbaler Gewalt und so weiter und aber ich frage mich manchmal ob es nicht ein bisschen zu Matsch ist jetzt für je also jetzt hier ein Psychologen und da ein Sozialarbeiter in Schulen weil natürlich das Leben auch gewisse Herausforderungen stellt im Leben später wo du nicht immer einen Sozialpädagogen oder einen Psychologen konsultieren kannst in der Regel vielleicht gibt es Menschen die das tun können aber da bin ich auch nicht Darwinist verstehst du mich ich verstehe mich nicht falsch aber ich sage mal so man muss natürlich auch ein bisschen mal die Herausforderung meistern und oder auch mal ein paar Zweifel sich selbst ausmachen vielleicht und nicht immer gleich eine dritte Instanz dazu ziehen oder eine zweite Instanz aber deshalb bin ich da ein bisschen ambivalent also ich finde es sehr gut dass es sowas gibt aber doch für die relativ kleine Schule fand ich den Ansatz oder die Anzahl von Sozialpädagogen und Schulpsychologen doch recht hoch viel interessanter war das die Schule die damals da galt ich schon accessotisch oder drei, vier Migranten inzwischen inzwischen einen sehr hohen Migrantenanteil hat und dass das ganz gut zu laufen scheint ohne dass man ständig demonstriert also das ist irgendwie das läuft aber das läuft nicht mit Larry Fadi sondern der Schulleiter der wie gesagt ein Freund von mir ist macht auch relativ streng aber nicht reaktionär aber er hat das schon im Griff die Konzepte und so weiter und setzt auch gewisse Regeln und ich glaube das ist auch so wenn man das auf die Gesellschaft transformiert du musst natürlich dir die Frage stellen was hält die Gesellschaft zusammen wenn du alles hinterfragst alles relativierst außer ein diffuses Instagram-Account dann ist natürlich dann rechtlich die Frage warum soll ich noch Steuern zahlen für diesen Staat der macht nichts für mich und so weiter du musst die Leute ärgen und das kann ein Verfassungspatriotismus sein das gilt auch schon altmodisch wir kommen ja schrecklich alt vor weil solche Begriffe heute gar nicht mehr fallen aber es wird alles so diffus und so so vergänglich und so schnelllebig und ich glaube das ist ein bisschen die Krankheit unserer heutigen westlichen Gesellschaften dass sie nicht mehr wissen was sie sein wollen auf welchen Werten sie beruhen und man faselt zwar von werteorientierter Außenpolitik aber ich glaube nicht mehr innenpolitisch weiß man welche Werte das sein sollen und Werte die auch nicht beleihend sein müssen die können ja ständig verändert hinterfragt werden aber du musst natürlich gewisse Grundsätze haben ich meine ich lache mich tot wenn ich dann höre arabische Migranten müssen unser Verhältnis zu Israel übernehmen so also da habe ich oftmals den Eindruck dass da Versatzstücke unserer Geschichte abgestreift werden sollen wenn man von abortierten Antisemitismus spricht natürlich gibt es muslimische Einwanderer die Judenfeindlich sind ich benutze bewusst den Begriff Judenfeindlichkeit weil eigentlich macht ja Antisemitismus in der Welt zu Arabern keinen Sinn das sind ja selbst Semiten von der Sprache her und der Begriff Antisemitismus ist ja aus dem deutschen geistigen Denken entstanden und man muss ja nicht immer denken am deutschen Wesen muss die Welt genesen also insofern sollte man da die Weltlage reflektieren also Judenfeindschaften die gibt es in der arabischen Welt natürlich ganz stark sogar auch religiös als auch als Versatzstück aus der NS-Zeit übernommen und des europäischen Anti-Judentums gar keine Frage aber dann muss man das anders machen also das ist eine Arroganz gegenüber der anderen Sichtweise das zeugt wirklich davon wie wenige verstehen von der palästinensischen Sichtweise auf den Konflikt und wie viel Legitimität sie hat ich sage nicht dass sie total richtig ist aber es geht nur mal um Konflikt zwischen zwei Seiten man stelle sich mal vor wir würden von allen Einwanderern darunter auch Israelis die nach Deutschland kommen oder Juden verlangen dass sie die Nakba anerkennen also die ethnische Säuberung von Palästinensern 750.000 in etwa und die Zerstörung und grausame Zerstörung von palästinensischen Dörfern 1948 während des Unabhängigkeitskrieges die nun mal auch Fakt ist und ich würde das jetzt das kann man auch nicht verlangen von Israelis dass sie das jetzt anerkennen sie sollten das anerkennen in meinen Augen und in meinen Augen sollten auch die Araber und die Palästinenser Israels Existenzrecht anerkennen also die Existenz Israels respektieren akzeptieren und so weiter aber das so zu verlangen und auch noch so in einem solchen mit so einem psychischen Druck ja also solche Zugeständnisse der anderen Seite gegenüber die macht man nicht wenn man unter Druck gesetzt wird sondern wenn man in einem respektvollen Gespräch ist ja es ist oberflächlich und es ist natürlich nur ein politisches Lippenbekenntnis denn da kommen wir aber zu dem Thema was hält die Gesellschaft zusammen nicht wahr unregierbare Gesellschaften bei den Ukrainer erlebst du dass die mit ihren Fahnen durch die Straßen ziehen dürfen Slava-Ukraine-Rufen und wenn man sich schon Antisemitismus beschäftigt weiß man ja auch dass unter diesem Schlagwort die Juden von Lviv wie man heute sagt von Lemberg erschlagen worden sind von den Augen der SS 1941 von den Leuten von jemanden der Leuten die der Botschafter Manik als Vorbild betrachtet nicht wahr wobei die meisten Ukrainer glaube ich nicht daran denken sollte man auch dazu sagen einige schon aber ich glaube nicht dass die meisten Palästinenser an den Holocaust denken wenn sie sich um ihre Hand sorgen also da darf man auch nicht glauben dass die europäische und deutsche Geschichte das war's alle Dinge ist also ich weiß die Chinesen wissen immer noch von der von der Hundenrede von Kaiser Wilhelm kein das kein Chinesen mehr wagt das muss man auch begreifen dass die Geschichtsbilder auf der Welt unterschiedlich sind und unser Geschichtsbild ja auch gerne viele Sachen weglässt nicht wahr auch die Ausrottung von ganzen Volksschaften im 19. Jahrhundert von Kongo 10 Millionen Tote über die völlige Ausrottung der Tasmaniern ein Gebiet mit dem du dich ja auch sehr intensiv beschäftigst wie ich weiß Genozidforschung und da sind ja auch noch viele weiße Flecken auf unser unserem historischen Bewusstsein ich höre auch mal wieder von Leuten die dann so im Kolonialismus ja wieso die haben doch Straßen gebaut die haben dann ein Bild vom Kolonialismus der 60er Jahre das letzte Jahrhundert aber die wissen auch gar nichts und es wurde ja auch sollte ja auch vergessen werden nicht wahr und der Westen an sich versucht immer wieder mit schneeweißer Weste und er schafft mit Waschmitteln auch immer die Weste weiß zu waschen und die Weste so umzudrehen dass man die Blutflecken nicht sieht und das ist natürlich der Anspruch das habe ich auch in meiner Reise in El Salvador gemerkt um auf das Buch nochmal zu kommen als ich von den Phänomenen der Lamatanza also habe ich nichts in der Schule von gelernt hier oder auch in der Uni nicht dass 1933 ein Aufstand stattfand in El Salvador der kommunistisch inspiriert war und so niedergeschlagen worden dass man bis heute kaum indigene Gesichter in El Salvador sieht also auch ein Genozid ein Völkermord weil die Indigenen Menschen die Sklaven waren unter der Oligarchie in El Salvador und die USA die Kanunboote an die Küste schickten und die Häfen bewachten das setzte sich ja fort in Guatemala mit United Fruit Company das Thema schon bekannter aber das ein Beispiel 200.000 Tote in Guatemala mit voller Unterstützung der USA auch ein Völkermord ja ich denke ich denke doch mal zum Beispiel an die Geschichten auf den Südphilippinen in Mindanao zum 19. Jahrhundert also da wurde ja auch glaube ich ein Drittel der Bevölkerung ausgelöscht durch die amerikanischen Truppen also die Welt hat noch anderes Bewusstsein als immer nur das was uns ständig vorgegeben wird und natürlich ist der Einfluss du zeigst das auch an Indonesien wenn du vielleicht kurz was dazu sagen willst ja zweitens Holland und später die USA also Indonesien ist ja auch ein Beispiel man muss sich vorstellen 1945 als die Niederländer in ihrer Befreiung vom Nazi auch feierten haben ja auch die Indonesier versucht unabhängig zu werden wurden aber wieder total von den gleichen Niederländern niederkantischiert aber 1965 haben wir ein Ereignis und Indonesien ist ein Land meiner Meinung nach was in seiner Bedeutung hier völlig unterschätzt wird dann ist es A das größte islamische Land der Welt mit Abstand von der Bevölkerungszahl mit über 200 Millionen weit über 200 Millionen von denen ein Großteil Muslime sind und wir haben ja mit Islam die arabische Welt Türkei vor unserer Haustür aber das größte islamische Land liegt vor der Küste Australiens Indonesien und dort fand 1965 ja ein militärischer Umsturz statt ein KUB wie so häufig wo der Staatschef Sukarno und der große Gründer der indonesischen Unabhängigkeit der immer von der Achse Peking, Pyongyang, Jakarta sprach wo sein Geigen schon gezimmert wurde und als er gestürzt wurde und gegen den Soharto ausgetauscht wurde einen dem Westen übergefügigen korrupten Machthaber da gab es auch einen sogenannten durch den Putsch die sogenannten antikommunistischen Säuberungen und Soharto sagte stolz Indonesia ist das einzige Land der Welt wo man sich nicht traut Kommunist zu sein und es wurden Millionen Menschen abgeschlachtet der CIA war ganz aktiv und überwiegend auch die chinesische Minderheit also ich selbst habe 2019 noch erlebt in Jakarta eine überaus interessante Stadt wie ich in einem chinesischen Reisrestaurant saß mit einem Herrn ins Gespräch kam der auch nach Deutschland fragte Mauerfall etc und der zur chinesischen Minderheit gehörte aber die ist unsichtbar also man darf ja bis heute in Indonesien keine chinesischen Schriftzeichen verwenden im Gegensatz zu Malaysia und das war also Sinophob ein chinesenfeindlicher blutiges Prokhoron auch mit Hilfe von dschihadistischen Kräften damals also die Methode des Westens damals der CIA in der USA auch radikal islamische malayische Strömungen gegen diese verhassten Chinesen die alle pauschal selbst wenn sie kapitalistische Kleinhändler überwiegend waren als kommunistische Agenten der Volkskublik zu diskreditieren das zu schrecklichen Massakern führten teilweise auch gestützt von der Armee oder so lass dich mal laufen die Prokhorme hatte eine gewisse Ähnlichkeit auch mit dem was wir später in Afghanistan erlebten Mujahideen Brzezinski sagte geh zurück in eure Heimat gegen die gottlosen Kommunisten wie auch Israel Gaza also Gaza die Hamas wurde inspiriert auch vom israelischen Geheimdienst die Gründung als gegenehmig zu den linken Kräften PLO Fatah und so weiter das wissen die meisten auch nicht und das hat sich natürlich so als der Geist aus der Flasche als Frankenstein Projekt entwickelt wahrscheinlich wissen wir auch nicht alles diesbezüglich die jahrzehntelange enge Kooperation zwischen die USA und Saudi-Arabien hat nicht unbedingt auch den sunnitischen Dschihadismus nicht unbedingt geschwächt sag ich mal so weltweit wir sollten mal deutlich sagen dass Saudi-Arabien mit Abstand der größte Sponsor ist von radikal islamistischen Gruppen wie Al-Qaida sogar der islamische Staat und natürlich auch Hamas und so weiter also in der gesamten islamischen Welt das ist der nun mal ein Sponsor und ein anderer ist sind die Vereinigten Arabischen Emirate beides gehören zu den wichtigsten Bündnispartnern im Westen seit der Staatsgründung im Grunde genommen komischerweise kann es nicht oft genug wiederholen das sind ja auch stolz verkündet dass diese Emirate und Saudi-Arabien jetzt unbedingt die arabischen Staaten mit denen Geschäfte machen wollte und die Ausführung völlig absurd aber da siehst du auch und viele Medien und Menschen stürzen sich hier drauf und da siehst du doch mal die arabisch-israelische Freundschaft die ist inzwischen auch Geschichte seit dem 7. Oktober aber da siehst du auch wie Unkenntnis sich verbreitet und Desinformation funktioniert indem einfach Thesen aufgestellt werden die einfach mit der näheren Überprüfung nichts zu tun haben aber noch mal zu Indonesien das ist ein Land meiner Meinung nach das ein Land von morgen ist auf jeden Fall dass auch wenn es die Gefährdungen die in seiner Geografie liegen dann ist es das größte Inselarchipel der Welt und seiner Vielschichtigkeit ethnisch-religiös-kulturell und die haben natürlich auch da siehst du wenn du in Indonesien mit den Leuten sprichst merkst du dass die wenn die sagen wie Scholz keine Grenzen der Westen hat doch aus Timo abgespalten von uns wie natürlich auch Menschen in Ex-Jugoslawien auch einen anderen Blick drauf haben und so weiter und die Tatsache dass die Menschen die Timoresen wirklich unterdrückt wurden in den 90er Jahren zumindest die Unabhängigkeitsbewegung weniger das katholische Element was ja behauptet wurde weil ja auch die Timoresen ja Quatsch die Leute in anderen Regionen in den Molukken auch Christen sind und so weiter aber die Tatsache dass die zum portugiesischen Kolonialreich gehörten abgespalten worden mit Hilfe Australiens hat natürlich auch diesen Anti-Imperialismus wieder gefördert und die Einmischung des Westens die bei den Indiens ja noch wach sind seit dem Ereignis von 1965 der Jakarta-Coup und da lohnt es sich für die Leserinnen oder die Zuschauer Zuschauerinnen und Zuschauer sich damit auch mal zu beschäftigen es sind auch tolle Bücher rausgekommen jetzt zu dem Thema und ich hoffe dass in zwei Jahren beziehungsweise im nächsten Jahr 2025 zum 60. Jubiläum dieser schrecklichen Ereignis das ein bisschen näher beleuchtet wird weil wir sollten uns angewöhnen dass wir uns auch zukünftig nicht nur eurozentrisch westzentriert informieren sondern auch mal über den Tellerrand gucken das ist ganz wichtig weil die nicht westliche Welt ob es einem nun gefällt oder nicht wird immer mehr an Bedeutung gewinnen die Tata dass Israel zum Internationalen Strafgerichtshof geladen wurde durch Südafrika ja wäre vor ein paar Jahren auch noch undenkbar gewesen und die Tata dass viele Staaten sich vom Dollar weg entwickeln dass sich neue Machtzentren bilden Bricks etc ich sage nicht dass die alle jetzt einwandfrei sind und super und dass da alles toll ist aber wir erleben es ist einfach ein historischer Prozess und wir erleben halt dass wir darauf reagieren sollten und wir in Europa um zum Untertitel des Buches zu kommen sind natürlich in Gefahr wenn wir nicht darauf reagieren als Mensch bist du ja auch in Gefahr wenn du sagst ich will nichts lernen von Computern und neuen Medien und irgendwann bist du raus sozusagen und früher ging es auch mit der Schreibmaschine kann man natürlich machen aber wenn man immer noch das Bild der Welt aufrechterhält wie sie nicht mehr ist ist es ein Zerrbild und du selbst wärst als Kontinent oder als Staat zum Zerrbild und eine Sache ist mir halt aufgefallen gerade im letzten Jahr als ich in Kasachstan war oder auch aus Sri Lanka dass die Leute mich erstaunt fragen was ist denn bei euch in Deutschland los also ich verstehe nicht wie man sich so in eine Situation bringen kann so willfährig und so begeistert das gibt das ja einmalig das ist ja wirklich so und das so als etwas Tolles verkauft doch irgendwie und das geht natürlich jetzt in die in die Grütze also in die Hose im wahrsten Sinne des Wortes und der Wut die Wut die sich jetzt langsam entwickelt gegen die Ampel die macht mir schon ein bisschen Angst weil ich bin ein großer Kritiker der Ampel gewesen von Anfang an nicht pauschal der Ampel besonders der grünen Außenpolitik und vertretene Frau Baerbock weil ich diese Konzepte für gefährlich und willfährlich hielt fast neokolonial und der Eindruck hat sich voll bestätigt und inzwischen auch der ganzen Ampel weil Scholz natürlich und von der FDP ganz zu schweigen Strachzimmermann offenkundig ein totaler Versager ist ich hielt nie viel von ihm aber ich dachte am Anfang dass er noch ein bisschen so als mäßigendes Element in sozialdemokratischer Tradition aber da ist ja nichts in fahnen Wind und dass ich ja absolut der Kritiker der Ampel bin aber man hat ja den Eindruck inzwischen und ich fühlte mich am Anfang so ein bisschen als einsamer Rufer in der Wüste aber inzwischen habe ich den Eindruck dass das so eine Massenphänomen geworden ist also ich kann mich an viele Gespräche auf meine Lesung erinnern wo Leute mir sagen ich bin total gegen diese Regierung eingestellt und das habe ich so auch noch nicht ich meine damals gegen Kohl haben auch viele Kohl und so oder Schröder oder Merkel die einen waren begeistert bei Merkel war eher so eine apolitische Grundstimmung habe ich den Eindruck also gegen Ende ihrer Amtszeit durch die Flüchtlingsbewegung wurde es wieder aber die ersten Jahre so habe ich den Eindruck gehabt so apolitisch so bleiernd so ein bisschen auch und jetzt habe ich den Eindruck so wie gesagt nimmt das so Fahrt an und wir wissen ja alle wenn die Masse sich in Bewegung setzt mache ich nicht die Bauern jetzt also aber sondern so das geht ja immer weiter das Bäckerstreiken habe ich gestern gesehen eine Cafeterie hat gestreikt Protest an die Regierung oder ich habe heute versucht einen Arzttermin zu machen und da stand drin beschweren Sie bitte bei der Regierung und bei den Krankenkassen also das ist ja immer so für Deutschland sehr ungewöhnlich eigentlich und ich finde das eigentlich ich kann es belebend finden ein bisschen Leid Revolution Leid aber man hat ja immer so ein bisschen in den Gedanken wohin kippt das und radicalisiert sich nicht zu sehr und schießt das ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl dass Deutschland ist ein sehr gutes Beispiel vor allem die grüne Partei für was falsch ist mit einer Linken die keine Linke mehr ist weltweit also als ich aufgewachsen bin und ich bin in einer linken Aktivistenfamilie aufgewachsen wo man Nicaragua unterstützt die Sandinister und den Anti-Apartheid-Kampf und so weiter und für uns war links in erster Linie für die schwachen Nationen einzutreten gegen Kolonialismus und Imperialismus und gegen Großmachtpolitik des Westens unsere eigenen Länder in denen wir waren also Deutschland die USA und natürlich halt eben gegen Ungleichheit zu kämpfen und für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung und Wirtschaftsordnung zu Hause also für die Arbeiterklasse und für die Armen der Welt wir haben oft tatsächlich den Fehler gemacht finde ich rückblickend dass wir die Demokratie nicht ernst genug genommen haben dass wir die freie Meinungsäußerung nicht ernst genug genommen haben und auch LGBT-Rechte waren wir waren zwar immer für LGBT-Rechte aber es war so ein so ein Nebenthema wurde immer so abgetan das gleiche mit dem Feminismus das war schon ein Fehler die neue Linke macht fast den gegenteiligen Fehler sie sagt immer sie tritt für Demokratie ein und Meinungsfreiheit tut es aber auch immer weniger also verstrickt sich da in Widersprüche sie ist sehr für LGBT-Rechte und den Feminismus aber auf eine oft seltsame fanatische Art und Weise die viele Menschen abstößt und eigentlich mehr Gegner schafft was eine Tragödie ist gerade auch für diese Bewegung meiner Ansicht nach und was wir eigentlich mehr bräuchten wäre eine gesunde Synthese aus beiden und ich glaube wirklich ich bin zutiefst überzeugt in vielen Ländern auch in Deutschland wäre das ein totaler Winner also ich glaube wirklich dass Parteien die vor allem die Grundsätze der alten Linken zurückholen nicht die Sowjetunion nicht Kuba aber Anti-Imperialismus und das sollte was Gutes sein und kein Schimpfwort weil es geht um die Souveränität von Ländern und es geht darum schwache Länder zu verteidigen gegen eine zynische brutale Großmachtpolitik oft fanatisch auch also es geht darum wirklich Menschen die behandelt werden wie Menschen zweiter Klasse zum Beispiel die Palästinenser und sie sind nicht die einzigen sondern es ist weltweit zu verteidigen und im eigenen Land einfach wirklich die Arbeit der Klasse auch normale ganz normale Menschen die oft eine schlechtere Bildung haben als die universitären Linken die die Eliten bilden dafür einzutreten und man sollte nicht vergessen das musste ich auch dazu sagen LGBT-Rechte sollten wichtig bleiben der Feminismus sollte wichtig bleiben und Demokratie und Meinungsfreiheit sowieso aber wenn man eine Verbindung hätte könnte man meiner Ansicht nach in den USA große Erfolge erzielen in Deutschland und auch in vielen Drittweltländern auch in Mexiko in Indien und so weiter das Problem ist wirklich es gibt eine Sehnsucht nach so einer Politik die ja für weniger die gegen die Ungleichheit ernst macht die gegen den Imperialismus ernst macht rund um die Welt nicht nur des Westens sondern auch durch Russland und China zum Teil und also einfach die schwächere Länder gegen Großmachtpolitik verteidigen und für Frieden einsteht also ich glaube da könnte man große Erfolge feiern linke Parteien rund um die Welt aber wir stattdessen stoßen wir Linke ab mit bescheuerten Diskussionen darum ob jetzt ob es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und wer da irgendwie anderer Meinung ist der ist ein schlechter Mensch und mit dem kann man nicht mehr sprechen da muss man Freundschaften aufkündigen und so weiter es ist schade es ist eine Tragödie es ist quasi religiös geworden wo du das gerade wieder erwähnst es ist für mich so ein bisschen so wie im Mittelalter die theologischen Debatten er ist ein Ketzer weißt du so er hat die Texte falsch interpretiert und so kommt man teilweise unter dem was heute als links gilt vor dass man abweicht man ist ein Abweichler ein Ketzer ein Rätiger etc. wenn du jetzt den Namen der Rose oder sowas vor Augen hast wo man auch denn so und das ist gar nicht mehr mit dem was du schon selbst sagst es ist gelungen die Begriffe umzuformen und es ist gelungen die Bewegung auch zu spalten und deshalb meiner Meinung nach also ich betrachte mich als Journalist und Autor und nicht als Politiker aber natürlich bin ich gewissen was du gerade erwähnt hast so was Weltpolitik Außenpolitik angeht schon den Klassikern verpflichtet ein bisschen und ich erstaune schon dass ich teilweise feststelle dass Berlinis Anti-Imperialismus-Theorien wirklich nicht alles so falsch war unabhängig von dem was später gekommen ist und so weiter aber wenn man die Klassiker so liest und sie trennt von denen was natürlich dann in den Jahrzehnten danach passiert ist in den jeweiligen Ländern die sich auf ihn beriefen merkt man natürlich auch da ist aber nicht alles so man war ja so in den 90ern geneigt das alles so den Staub anheimfallen zu lassen aber nein das ist doch erstaunlich wie viele Sachen sich doch wiederholen oder wie viele Sachen man doch unter diesem Brennglas studieren sollte denn das war nicht vorbei ich gehe davon aus dass die Linke im Westen natürlich auch gekapert worden ist mit Zeitgeist und ein nicht unwesentlicher Anteil war glaube ich der Reimport der Frankfurter Schule aus dem US-Campus auch in die westlichen Hörsäle rein also diese Identity Policy und so weiter kommt ja von dort und ist natürlich ich würde sagen die Metamorphose von Frankfurter Schule die es ja anders gemeint haben auch Adorno und so weiter aber hat aber geschafft diese antiimperialistische Linke ganz gut zu spalten Dominikolo Sordo der nun orthodoxer Marxist war hat das ganz gut bestimmen in seinen Büchern auch und westliche Linke und wenn die Linke fehlt und so heißen die Titel und das ist schon so Gesellschaft des Skandals und des Spektakels und das ist ja ein bisschen die Empörung auch ständig der hat aber gesagt und Hannah Schmidt hat gar nicht gegendert oder so als Beispiel irgendwie das ist ja so eine Empörung die mich so erinnert an diesen alten Spießertanten die man früher so die moralisierend eigentlich immer so in der Ecke saßen guck mal der Minisock ist zu kurz oder irgendwie so das ist so ein bisschen mit links eigentlich war links einmal den Fortschritt auch frech und heute ist das hat man das Gefühl so altes Tantensyndrom ich benutze jetzt bewusst den sexistischen Auszug alte Tanten oder auch alte Onkels die so spießige Verwandte die so das ist aber unzüglich das zieht sich nicht so aus einer Art und man hat das eingeführt dass die Linke oftmals diese Position einnimmt das aber als progressiv verkauft aber im Endeffekt wenn ich das zu Ende denke führt es total in eine extreme Lustfeindlichkeit und Sterilität auch und auch eine Humorfeindlichkeit die ich erschrecken das ist das wieso wir müssen auch wirklich die Satire verteidigen die Comedy weil so viele Comedians sagen wie sehr sie darunter leiden sie können weil Comedy lebt davon dass man alles jede Ideologie sich in den Schlamm zieht sich darüber lustig macht und dazu gehören alle dazu gehört natürlich die Vogue-Ideologien und so weiter sie eignen sich sogar sehr gut dafür weil sie eben oft so hoch ideologisch sind und wenn wir nicht mehr lachen können dann macht der Letzte das Licht aus dann selbst wenn wir es irgendwie sonst gebacken kriegen würden zusammen zu leben wird das Leben auch keinen Spaß mehr machen ja ja letztendlich wenn man diese Identitätspolitik von links zu Ende denkt lande ich hier irgendwie mit Martin Sellner von den Identitären also das geht ja schon los das meine ich jetzt ganz im Ernst mit hier kultureller Aneignung also egal wie man das findet und so also ich meine ich beschreibe nur die große Tendenz nicht das Kleine aber wenn ich das zu Ende denke komme ich hier irgendwo da an wo nichts mehr wo alles voneinander getrennt werden muss und so weiter und so fort und dann beißt sich die Katze den Schwanz irgendwann sozusagen und das ist meine Sorge dabei also ich gehe immer davon aus dass der gesunde Menschenverstand auch eine Definition die heute nicht mehr verwendet wird gesunder Menschenverstand irgendwann doch wieder siegen wird oder zumindest eine Balance herstellen wird weil die jetzige extreme Reaktion auf das alles ist natürlich auch ein Überdruss also dass die AfD jetzt so stark wird dass die jetzt wirklich das Gefühl geben oh da kann ich nochmal lachen oder kann ich nochmal was sagen das ist so ein bisschen auch und diese Funktion ob dies wirklich sind ist eine andere Frage ich bezweifle das sehr und werbe auch nicht das habe ich nochmal betone ich nochmal nur ich versuche den Impuls zu verstehen dass plötzlich nicht jeder Dritte ein Nazi ist oder sowas sondern dass die Leute einfach die werden bewusst vergrault und in Ecken gedrängt dass sie da im Endeffekt nur noch sagen am Wahltag habe ich da meine Erlösung indem ich da das Kreuz setze und dann kann ich wieder mal sehen und das ist der Impuls den wir verstehen müssen und wenn man als Linke immer weiter Humor befreit und lustfeindlich da in irgendwelchen sektierischen Theorien sich verlieren möchte klar aber das wird dann auf Dauer nicht funktionieren es ist ganz häufig nichts weiter als eine verteidigende Normalität oft wenn ich mit Menschen geredet habe sie sind abgestoßen von sowohl von Eliten als auch von der Vogue Linken gerade hier im Osten wenn ich da spreche dann sagen sie oft ich möchte doch einfach nur ein normales Leben haben ich möchte irgendwie genug Geld haben um meine Wohnung bezahlen zu können und ich möchte auch Frieden haben in der Welt und ich möchte einfach meine Enkel genießen und jetzt rede ich von älteren Menschen und ich habe ja gar nichts gegen irgendwen also ich habe ja gar nichts gegen Schwule sagen sie dann aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe ich sage irgendwas Falsches und dann bin ich böse also es ist wirklich oft so einfach und man sollte dann gerade deswegen auch zu hören weil die Lösung ist oft auch ganz einfach lass doch einfach die Menschen Menschen sein und wenn man denkt sie sagen irgendwas Homophobes dann kann man das vielleicht freundlich anmerken solange man respektvoll und sympathisch miteinander redet dann kann man ja sowas auch vielleicht erklären und sagen ja du solltest vielleicht ja nur das oder das nicht sagen weil es kommt ja vor dass man Sätze sagt die nicht gut sind oder sogar in gewisser Hinsicht gefährlich wenn sie dann wirksam werden würden aber ja das stimme ich dir zu also es hat irgendwie wurde es überdehnt und es ist halt so ein bisschen Überdrust vieler Menschen da flankiert von den handfesten ökonomischen Problemen und dem Gefühl auch der Unsicherheit weltpolitisch dass da neue Brandherde entfacht werden mit unsichtbarem Ausgang dass wir uns mit der Ukraine da in einem Konflikt so stark ich meine auch das muss man mal zu Ende denken wenn ich jetzt die Forderung höre von so einer Lobbyistin wie Strack Zimmermann bis vor kurzem war ja die Diskussion im Sommer Leopardpanzer dann ist es so jetzt haut das alles nicht hin die Ukrainer verbrennen in den Leopardpanzern wenn sie nicht von russischen Soldaten erobert werden als Beute und jetzt kommen die nächsten immer stärkeren Waffen und letztendlich wenn das immer mehr Öl ins Feuer gekocht wird muss ja irgendwann Russland vielleicht mal anders reagieren als wir uns das vorstellen können also wenn jetzt Langstreckenraketen gefordert werden die bis weit ins russische Land hineinschießen was erwarten denn die Leute wie Russland irgendwann reagiert in diesem Wahn merken sie das noch und gerade was ich wirklich verachtenswert finde ist eine Partei wie die Grünen also Wahlversprechen ist ja nicht eine Alleinstellungsmerkmal der Grünen das ist klar aber was mich wirklich wundert ist bei den Grünen dass dieser Wahlbetrug keine Waffen in den Kriegsgebieten und jetzt zur Waffenlobbypartei gefühlt Nummer 1 zu werden auch in der Basis der Grünen so wenig Widerspruch hervorruft oder zumindest es wäre da nicht deutlich ich weiß es nicht aber die Grünen waren aber bekannter für lebendige Diskussionskultur und wilde Debatten und jetzt hat man das Gefühl da ist so eine ja ich will keinen unsachlichen Vergleich hier machen aber so gleichgeschaltete Deppen sitzen da rum ich bin auch mit Grünen im Gespräch also du merkst auch immer dann noch dass viele diesen Narrativ folgen ja wenn Putin jetzt nicht aufgehalten wird dann ist er morgen in Berlin so ungefähr so das wird immer wieder das Argument aber selbst das muss ja aus einem grünen früher friedenspolitisch definierten Bewusstsein irgendwie auch widersprüchlich wirken und selbst dann muss man sich mir die Frage stellen ja wie weit wollen wir denn gehen wenn die Ukraine jetzt Atomwaffen fordert schicken wir Atomwaffen oder wie stellen wir es ich weiß es nicht genau was jetzt da das kann es ja auch nicht sein das kann doch nicht die Lösung der Probleme sein jetzt im Endeffekt und das gerade die Schmähung auch der Friedensbewegung finde ich ganz übel dass ja auch denn jeder der versucht wer denn als sonst was bezeichnet und nein nein also die jetzige gesellschaftliche Klima das jetzige gesellschaftliche Klima hat es geschafft doch viele Menschen zu verprellen insofern darf jetzt auch die Antwild sich nicht wundern über die Stimmung die Robert Habeck vor kurzem noch Liebling der Medien und eingebliche Wunderkanzler Kandidat doch zu spüren bekommen und ich glaube bei Haberck merkt man auch schon dass ihm das doch zusetzt man sollte vielleicht noch dazu sagen zu Ukraine das hätten wir wirklich einfach mal Russland auch zugehört und das heißt natürlich nicht der russischen Sicht in jeder Hinsicht zuzustimmen wir sollten sehr kritisch sein gegenüber Putin und linke Menschen haben sehr viele Gründe kritisch zu sein gegenüber Putin weil das ist eigentlich ein sehr rechter Denker in jeder Hinsicht aber es gibt inzwischen sogar auch ukrainische Verhandlungsführer haben sogar jetzt auch darauf hingewiesen dass man sehr nah war an einem Friedensabkommen zu Beginn des Krieges und alle Informationen die wir haben von allen Zeugen das sind das sind viele und sehr ernst zu nehmende Zeugen deuten darauf hin dass wir ein Friedensabkommen mit Russland hätten haben können in dem die Ukraine neutral gewesen wäre wogegen nichts spricht solange sich Russland auch dran gehalten hätte und der Westen natürlich auch womit ich überhaupt kein Problem hätte wo soll das Problem sein und wenn man das Minsk-Abkommen grob durchgesetzt hätte das heißt die russischsprachigen Minderheiten die sich eben von denen sich viele unterdrückt fühlen oder unterdrückt fühlten gleiche Rechte bekommen gleiche sprachliche Rechte und ähnliches ich weiß nicht wie schlimm diese Unterdrückung war das ist schwer einzuschätzen es wird ja auch wenig darüber berichtet aber was sollte dagegen sprechen das irgendwie sicherzustellen da mehr zu tun dass sie sich nicht mehr unterdrückt fühlen und dann hätte Russland unter diesen Bedingungen so sieht es aus die territoriale Integrität von der Ukraine respektiert mit einer sehr wichtigen Ausnahme muss man fairerweise dazu sagen nämlich der Krim die bei Russland geblieben wäre darüber kann man sich auch empören wenn man will aber wenn man vergleicht mit dem was wir heute haben nämlich zehntausende von Toten die meisten davon Ukrainer ukrainische Zivilisten und Soldaten und viel größeres Staatsgebiet abgetreten und kein Neutralitätsstatus überhaupt keine Sicherheit nichts muss man sich wirklich fragen wofür das alles und die Leidtragenden sind vor allem Ukrainer und was anderes haben der Großteil der Friedensbewegung hat nie was anderes eigentlich gesagt also Strack-Zimmermanns Strack-Zimmermanns-Strategie und auch die von Baerbock und so weiter gehen ja auf Kosten der Ukraine weil sie werden den Krieg nicht gewinnen was immer mit einem Gewinn sich vorstellt sie werden im besten Fall sich konsolidieren auf die jetzige territoriale Ausdehnung und eigentlich müsste man jeden Tag versuchen das zu beenden um Menschenleben zu schüren zu schützen und das wird man glaube ich vielleicht auch mal in der Ukraine anders gesehen man bekommt ja wenig mit über die wirkliche Stimmung in der Ukraine ganz so einhellig das Bild im Westen wurde ja anfangs das ukrainische Volk währt sich in unserem Auftrag gegen die Tyrannen so ganz scheint es ja nicht so zu sein wenn man merkt wie schwer es ist doch Soldaten zu bekommen und doch sehr viele Ukrainer auch Männer sich dann doch im westlichen Ausland befinden in Deutschland etc. interessanterweise Frau Baerbock mit ihrer feministischen Außenpolitik hätte ja auch mal dann ihren Einfluss in Kiew deutlich machen können um auch die Frauen zu mobilisieren dass nicht nur Männer das Privileg haben an der Front zu kämpfen denn was sonst soll feministische Außenpolitik besagen diesbezüglich ist sie dann doch sehr archaisch ich war sehr alt backen kein Mann darf ausreisen und so weiter und so fort das sind auch so Widersprüche die ich dann mal feststelle also nicht dass ich glaube dass es Erfolg hätte oder dass ich dass ich möchte dass Frauen kämpfen ich möchte gar nicht dass es gekämpft wird das ist der Punkt nur das sind so Widersprüche was soll denn eine feministische Außenpolitik sein es sind doch seltsame Gründe weil ich finde die russische Invasion ich fand sie empörend finde sie empörend es ist ein gravierender Angriff auf die Souveränität eines UN-Mitgliedstaates und ist deswegen auch deutlich zurückzuweisen nur das sollte doch auch die wichtigste Begründung sein gegen die Invasion zu sein im Westen versucht man verzweifelt immer die Ukraine zu beschönigen als ein Paradies für Schule für Frauen und für die Demokratie und die Meinungsfreiheit und alles das ist sie nicht ich war zweimal in der Ukraine all das ist sie nicht das rechtfertigt nicht die russische Invasion aber aber wenn man sich da hineinsteigert dann muss man ständig die Ukraine schönreden und um ehrlich zu sein ich glaube nicht dass die Unterschiede bei diesen wichtigen Themen so groß sind zwischen der Ukraine und Russland ich glaube nicht dass es den Schwulen in der Ukraine so viel besser geht als denen in Russland aber wie gesagt es sollte nicht keine so große Rolle spielen bei diesem Thema weil wir sollten wir Frieden eintreten auch für Gerechtigkeit also wir sollten nicht Frieden um jeden Preis das wäre eine zu einfache Ethik und es ist schon eine komplizierte Diskussion aber wie gesagt meiner Ansicht nach hätten wir Frieden haben können zu einem akzeptablen Preis für die Ukraine und jetzt haben wir sehr viele unnötige Toten Leiden Schmerzen jetzt verstehst du mein Buch genannt habe das Zeitalter der Idiotie nicht wahr das ist halt erinnern wir nochmal an dein Buch ja ich muss ich habe lange überlegt ob der Artikel ob der Titel vielleicht zu hart gewählt ist aber inzwischen würde ich sagen eher noch zu sanft vielleicht weiß nicht ganz genau ich finde es ist zu sanft weil es spielt nur darauf ab dass die westliche Außenpolitik oft sehr dumm und ignorant ist aber sie ist ja auch zutiefst unmoralisch wie wir gerade in Gaza sehen häufig du hättest sogar noch brutaler sein können aber möglicher Mensch aber wir wollen ja selbst gegenüber den den reichen und mächtigen auf die wir beide auch manchmal Wut haben auch eine gewisse Toleranz walten lassen Ramon es war mir eine Freude schönes Gespräch ich hoffe unsere Zuschauer und Leser haben viel gelernt oder viele Anregungen wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und vielleicht sprechen wir mal wieder sehr gerne sogar danke schönen Abend danke tschüss tschüss wir Vielen Dank.